Abschnitt 50 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte Ali Schiers Teil 2 Er ritt jetzt mit Sumurd nach der Höhle zu seiner Mutter und sagte ihr, »Gib Acht auf diese Sklavin, bis ich wiederkehre.« Als der Kurde wegging, sagte Sumurd, »Was soll nun hier aus mir werden?« Die Alte antwortete, »Warte nur, bis die vierzig Kurden kommen, die mein Sohn hierher bestellt hat, dann wirst du wie ein Schiff im Wasser schwimmen.« Da sagte Sumurd zur Alten, »Komm heraus ins Freie, ich will dich in der Sonne vom Ungeziefer reinigen.« »Recht gern«, sagte die Alte, »bei Gott, meine Tochter, du hast recht, ich war schon lange nicht im Bad, die Schweine ziehen immer mit mir herum von einem Ort zum anderen.« Sumurd reinigte dann die Alte, bis sie einschlief. Da machte sich Sumurd auf, zog die Kleider des Soldaten an, umgürtete sein Schwert und setzte seinen Turban auf, so, dass sie ganz wie ein Mann aussah, schwang sich auf sein Pferd, nahm den Sack mit Gold und rief, »O Hitlerbeschützer, nimm mich unter deinen Schutz aus Rücksicht für den Propheten.« Sie dachte dann, »Kehre ich in die Stadt zurück, so könnte einer von den Verwandten des Soldaten mich sehen, und das wäre schlimm.« Sie ging daher in die einsame Wüste und ritt zehn Tage lang umher, während derer sie sich von den Pflanzen der Erde nährte. Am elften Tage kam sie vor eine schöne, befestigte Stadt. Schon hatte sich der kalte Winter von ihr gewandt und der Frühling mit seinen Rosen Sinnheu belebt. An den Toren der Stadt fand Sumurd viele Truppen mit ihren Befehlshabern, auch waren alle Bewohner der Stadt auf den Beinen. Sie dachte, hier muss etwas Außerordentliches sich ereignen. Als sie näher kam, marschierten die Truppen ihr entgegen, die Reiter stiegen ab, küßten die Erde vor ihr und riefen, »Gott verleihe dir Sieg, verehrter Sultan, und segne deine Ankunft!« Sumurd fragte erstaunt, was es gäbe. Der Oberstkämmerer sagte, »Der Herr, der mit seiner Gnade nicht geizt, hat dich zum Sultan dieser Stadt erhoben. Wisse, dass wenn unser Sultan ohne Erben stirbt, so ziehen die Truppen drei Tage lang vor die Stadt, und wer zuerst von der Seite herkommt, wo du hergekommen, der wird Sultan, und gelobt sei Gott, der uns einen so hübschen, jungen Türken gegeben, denn auch einen schlechtern als du hätten wir als Sultan anerkennen müssen.« Die kluge Sumurd sagte ihnen, »Glaubt nicht, dass ich zur niedern Klasse der Menschen gehöre, ich bin von vornehmer Abkunft, habe mich aber mit meinen Leuten entzweit und sie verlassen. Seht nur meinen Sack mit Gold, aus dem ich schon auf meiner ganzen Reise den armen Almosen spende.« Alle Leute freuten sich. Auch Sumurd, denn sie dachte, »Bin ich einmal so weit, so werde ich mich auch wieder mit meinem Herrn vereinigen, so Gott will.« Sie zog dann an der Spitze der Truppen in die Stadt und stieg vor dem Schloss ab. Da umarmten sie alle Fürsten und Großen, setzten sie auf den Thron und verbeugten sich vor ihr. Sie ließ dann die Schatzkammer öffnen und allen Soldaten Geschenke austeilen. Man wünschte ihr Glück und ein dauerndes Reich und schwur ihr Gehorsam. Alle Herzen verehrten sie wegen ihrer Freigebigkeit. Sie hob die Zölle auf, schenkte allen Gefangenen die Freiheit, schaffte das Unrecht ab, so dass jeder Mann sie lieb gewann. Sobald sie aber an ihren Herrn dachte und an die glücklichen mit ihm verlebten Tage, weinte sie und rezitierte folgende Verse. »Mein Liebesschmerz ist frisch, trotz der langen Trennung. Meine Tränen mehren sich und verwunden mein Auge. Ich weine, weil Liebesglut mich schmerzt, denn Trennung tut dem Liebenden weh.« Als Sumurt im Schloss war, bestimmte sie allen Sklavinnen und Favoritinnen einen guten Gehalt, lebte aber von ihnen getrennt und ließ sich nur von jungen Eunuchen bedienen und gab vor, sie wolle nur dem Gottesdienst leben. Sie fastete und betete viel, so dass alle Leute sie für sehr religiös hielten. So lebte sie ein ganzes Jahr, ohne etwas von ihrem Herrn zu vernehmen. Sie ließ dann die Visiere und Kammerherren rufen und Baumeister und Feldmesser kommen, um unter dem Schloss eine Rennbahn zu bauen, die eine Meile lang und ebenso breit sein sollte. Als dieses in der kürzesten Zeit nach ihrem Wunsche vollendet war, ließ sie sich auf dieser Rennbahn ein großes Zelt errichten, ihren Thron dahin bringen und einen großen Tisch herrichten, zu dem sie alle Großen des Reiches einlud. Als diese erschienen, teilte sie viele Geschenke unter sie aus und sagte, »Ich wünsche, dass ihr am Neumond ausrufen lasset, heute soll niemand in der Stadt seinen Laden öffnen, alle Leute sollen an der königlichen Tafel speisen.« Als der Neumond kam, vollzogen die Visiere den Befehl des Sultans und ließen ausrufen, dass wer seinen Laden öffne und nicht an der Tafel des Sultans sich einfinde, gehängt würde. Die Leute kamen haufenweise herbeigeströmt und Sumurt sah auf ihrem Thron zu, wie sie am Tisch saßen und allerlei Speisen aßen, so viel jeder Lust hatte. Ihr Thron war so gestellt, dass jeder glaubte, der Sultan sehe nur auf ihn. Die Visiere sagten den Leuten, »Schämt euch nicht, esset nur, der König hat seine Freude daran.« So sättigten sich alle und wünschten dem Sultan viel Glück und sagten beim Weggehen, »In unserem Leben haben wir keinen Sultan gesehen, der so die Armen liebt. Gott erhalte ihn lange.« Als die Leute den Tisch verließen, begab sich auch Sumurt wieder ein Schloss und freute sich mit dem, was sie getan, und dachte, »So Gott will, werde ich auf diese Weise Nachricht von meinem Herrn erhalten.« Am folgenden Neumond wurden wieder dieselben Anstalten getroffen. Als Sumurt die Gäste einen nach dem anderen betrachtete, bemerkte sie den Christen, der den Vorhang von ihrem Herrn gekauft hatte und durch den sie ihrem Herrn entrissen wurden, und sie dachte, »Nun beginnt schon die Erfüllung meiner Wünsche.« Der Christ streckte ihm die Hand nach einer Schüssel Reis mit Zucker, die etwas weit von ihm stand, so dass er sich vordrängen musste. Da sagte ihm sein Tischgenosse, »Warum isst du nicht, was vor dir steht?« Der Christ erwiderte, »Ich will von keiner anderen Schüssel.« »Nun, so isst davon,« versetzte sein Nachbar. »Gott lasse es dir übel bekommen.« Ein Haschischfresser sagte, »Lasse ihn, damit ich auch mit ihm esse.« Der andere erwiderte, »Diese Speise ist nicht für euresgleichen, du verdammter Haschischfresser. Das ist ein Gericht für Emiere. Lasset es stehen, bis es zu denen gelangt, für die es bestimmt ist.« Der Christ hörte aber nicht darauf, sondern nahm schnell einen Bissen aus der Schüssel und warf ihn in den Mund und wollte schon nach einem zweiten greifen, als Sumurt einige Soldaten rief und ihnen sagte, »Bring mir den Mann her, der eine Schüssel mit Reis vor sich hat, und werft ihm den Bissen aus der Hand.« Vier Soldaten vollzogen ihren Befehl und stellten ihn Sumurt vor. Als die Leute dies sahen, hörten sie auf zu essen. Einer seiner Tischnachbarn sagte, »Es geschieht ihm recht. Warum muss er nach einer Schüssel greifen, die nicht für ihn war?« Und ein anderer sagte, »Ich habe mich mit der stehenden Mehlspeise begnügt.« Der Haschischfresser sagte, »Gelobt sei Gott, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich wartete nur, bis er die Schüssel vor sich stellte, um mit ihm zu essen.« Alle waren begierig zu sehen, was ihm geschehen würde. Sumurt sagte zu ihm, »Wehe dir, du Blauäugiger! Wie heißt du, und wie kommst du hierher?« Der Christ, welcher einen weißen Turban auf dem Haupt hatte, verleugnete seinen Namen und sagte, »Ich heiße Ali, bin ein Weber, und in Handelsgeschäften hier.« Sumurt ließ sich eine geomantische Tafel und eine kupferne Feder bringen, zeichnete einen Affen, blickte eine Weile darauf hin, hob dann den Kopf in die Höhe und sagte, »Du lügst, Hund! Du bist ein Christ, heißt Bersum, und hast ein ganz anderes Geschäft vor. Sage nur die Wahrheit, oder bei der Majestät des Herrn ich lasse dir den Hals abschlagen.« Der Christ kam in Verlegenheit, und alle Anwesenden sagten, »Unser König kann wahr sagen!« Sie forderte dann den Christen noch einmal auf, die Wahrheit zu gestehen, und er sagte, »Gnade, o König! Ich bin ein Christ!« Sumurt befahl ihren Dienern, ihm die Haut abzuziehen, ihn mit Stroh auszustopfen und an das Tor der Rennbahn aufzuhängen. Dann sollte er außerhalb der Stadt verbrannt in eine Grube geworfen und mit allerlei Unrat bedeckt werden. Als dies im Angesicht aller Leute geschah, sagten sie, »Das ist recht, wie schlecht ist ihm der Bissen bekommen!« Ein anderer sagte, »Ich will von meiner Frau geschieden werden, wenn ich je wieder verzuckerten Reis esse!« Niemand wagte sich dann mehr an den Platz, wo diese Schüssel stand, und bald darauf gingen alle Leute auseinander. Am dritten Neumond wurde der Tisch wieder gedeckt und mit allerlei Speisen beladen. Sumurt saß wieder auf ihrem Thron, und die Truppen standen wie gewöhnlich vor ihr und fürchteten ihre Stränge. Die Bewohner der Stadt setzten sich um den Tisch herum, mehrere betrachteten die Stelle, wo die Reisschüssel stand, und einer sagte zum anderen, »Hüte dich wohl davon zu essen! Du wirst sonst gehängt!« Als alle Leute den Wink Sumurt erwarteten, um die Mahlzeit zu beginnen, sah sie vom Thron herab einen Mann mit Ungestüm herbeikommen. Und siehe da, es war der Kurde, der sie gestohlen und den Soldaten umgebracht hatte. Dieser Kurde ging nämlich, als er seine Mutter verließ, zu seinen Kameraden zurück und sagte ihnen, »Ich habe gestern Abend reichen Gewinn gemacht. Ich habe einen Soldaten getötet und sein Pferd genommen und noch in der Nacht einen Sack mit Gold erhalten und ein Mädchen, das auch so viel wert ist. Ich habe alles in der Höhle bei meiner Mutter. Seine Freunde gingen gegen Ende des Tages ihm freudig in die Höhle nach, fanden aber die Höhle ganz leer. Er fragte seine Mutter, wo die Beute hingekommen, und sie erzählte ihm, was vorgefallen. Da nagte er an seinen Händen vor Reue und sagte, »Wei Gott, ich werde dieser Dürne nachsetzen und sie ergreifen und werde sie in der Schale einer Pistazie verborgen und meinen Rachedurst an ihr löschen.« So reiste er dann umher, bis er in diese Stadt kam. Und da er in der ganzen Stadt keinen einzigen Mann fand, so erkundigte er sich darüber bei den Frauen, welche an den Fenstern waren. Und als man ihm sagte, dass jeden Neumond alle Männer beim König speisen, ließ er sich die Rennbahn zeigen und eilte dahin. Er fand keinen leeren Platz mehr als den, wo der Reis aufgestellt war. Er setzte sich dahin und streckte die Hand danach aus. Da riefen ihm die Leute zu, »Was willst du tun? Du wirst gehängt!« Der Kurde antwortete, »Ich will an dieser Schüssel mich satt essen« und streckte die Hand danach aus. Sein Nachbar, der Ahaschischfresser, wurde nüchtern, verließ seinen Platz, setzte sich weit weg und sagte, »Ich will nichts mit dieser Schüssel zu tun haben!« Aber der Kurde schob mit der Hand eine Quantität heraus, welche die halbe Schüssel leerte. Er nahm dann einen zweiten Bissen, trotz der Mahnung seines Nachbars, welcher ihn aufforderte, sich über die Geschichte dieser Schüssel belehren zu lassen. Der Ahaschischfresser sagte, »Lasse ihn! Ich fühle schon den Geruch eines Gehengten!« Dem Kurden aber rief er zu, »Iß!« »Gott mag dir es übel bekommen lassen!« Als er aber den dritten Bissen nehmen wollte, sagte Sumurt ihren Adjutanten, »Bringt mir schnell den Mann her, noch ehe er den Bissen verzehrt!« Sie eilten auf ihn zu und führten ihn vor Sumurt. Die Leute riefen alle, »Er verdient sein Schicksal! Wir haben ihn gewarnt! Er wollte aber keinen Rat annehmen! Dieser Platz ist von Dämonen bewohnt, und dieser Reis bringt jedem, der davon isst, Unglück!« Sumurt fragte den Kurden, »Wie heißt du? Was ist dein Handwerk, und was tust du hier?« Er antwortete, »Ich heiße Osman, bin ein Gärtner und suche etwas Verlorenes.« Die Königin ließ sich die geomantische Tafel bringen, schrieb etwas darauf, schaute hinein, hob den Kopf in die Höhe und sagte, »Wehe dir! Du lügst! Diese Tafel sagt mir, »Du heißest Jewan! Du bist ein Dieb, ein Kurde, ein Mörder! Sage die Wahrheit, du Schwein! Sonst lasse ich dir den Kopf abhauen!« Der Kurde wurde ganz blass bei diesen Worten, doch lächelte er und glaubte, dass, wenn er die Wahrheit gestehe, er davon käme. Er sagte, »O König, wenn ich aufrichtig bin und zu Gott mich bekehre!« Sumurt ließ ihn nicht ausreden und sagte, »Ich darf keine Schlange auf dem Wege der Muselmänner lassen. Führt ihn weg, zieht ihm die Haut ab und verfahrt mit ihm wie mit seinem Vorgänger.« Als dies geschehen war, ließ sie die Mahlzeit fortsetzen. Der Nachbar des Gehängten drehte der Reisschüssel in den Rücken und sagte, »Mein Auge darf das Deinige nicht sehen!« Als gegessen war, trennte man sich. Sumurt ging wieder in ihr Schloss und entließ die Mameluken. Am vierten Neumond versammelten sich die Leute wieder in der Rennbahn und erwarteten Sumurt, die wieder ihren Thron einnahm und den Leuten zusah. Der Platz, wo die Schüssel stand, war so leer, dass noch vier Menschen hätten davor sitzen können. Als Sumurt dies mit Erstaunen bemerkte, trat ein Mann eilig herbei und da er keinen leeren Platz mehr fand, setzte er sich dahin, wo die Schüssel mit Reis stand. Sumurt betrachtete ihn und erkannte den gottlosen Rashid Edin. Sie dachte, »Hach, wie will ich mein Herz kühlen!« Die Geschichte dieses Mannes ist wunderbar. Als er nämlich von seiner Reise zurückkam und Sumurt und einen Sack voll Gold vermisste, zerriss er seine Kleider, schlug sich ins Gesicht, riss sich den Bart aus und schickte seinen Bruder Bersum aus, um ihr nachzuspähen. Als er auch von diesem nichts hörte, ging er selbst, um ihn aufzusuchen, und das Schicksal trieb ihn in die Stadt, wo Sumurt regierte, gerade am ersten Tage des Monats. Er fand die Stadt leer und sah nur Frauen an den Fenstern, die ihm den Befehl des Sultans mitteilten und ihm rieten, auf die Rennbahn zu gehen. Als er aber die Hand ausstrecken und essen wollte, ließ ihn Sumurt ergreifen und vor sich führen. Sie sagte, »Wehe dir! Wie heißt du? Was ist dein Geschäft und warum bist du hierher gekommen?« Er antwortete, »O Herr, ich heiße Rustum und bin ein armer Dervisch!« Sie ließ sich wieder Tafel und Feder bringen, schrieb etwas, schaute hinein, hob dann den Kopf auf und sagte, »Du Hund, lügst vor Königen! Du heißt Rashid Edin und dein Geschäft ist, muselmännischen Sklavinnen aufzupassen und sie zu rauben. Du stellst dich als Muselmann und bist innerlich ein Christ. Sage nur die Wahrheit, sonst, bei der Majestät des Herrn, schlage ich dir den Hals ab.« Rashid sagte stammelnd, »Du sprichst wahr, O König der Zeit!« Sie ließ ihn dann hinstrecken und ihm auf jeden Fuß hundert Prügel geben und auf seinen Körper ebenso viele, die Haut abziehen und mit Werk ausstopfen und ihn endlich außerhalb der Stadt verbrennen, in eine Grube werfen und mit Unrat zudecken. Nach der Mahlzeit ging sie wieder in ihr Schloss und sagte, »Gelobt sei Gott, dass ich mein Herz gekühlt an denen, die mir Böses getan.« Dann fiel ihr aber ihr Herr Alishir ein. Sie dachte, »Wie lange währt die Trennung?« und weinte, bis sie in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich kam, flähte sie Gottes Gnade an und dachte, »Vielleicht wird Gott mich doch bald mit ihm vereinigen, denn er ist allmächtig« und rezitierte folgende Verse. »Du bist mein einziges Verlangen, nach dir gehen alle meine Wünsche. Deine Nähe ist mein Paradies. Bei dir ist ewige Wonne, fern von dir die Hölle. Ich werde nie aufhören, dich mit rasender Liebe im Herzen zu tragen. Ich gefalle mir in meiner Liebe, obschon die Tränen, die sie mir entlockt, alle meine Geheimnisse verraten. Ich will als Märtyrer durch das Schwert des Geliebten umkommen, das schon manche der Besten hinweggerafft. Heil dem Auge, das ich an deinem Anblick sättigen kann. Mein Herz schmachtet danach und ist vor Sehnsucht außer sich.« Sumurt lebte noch einen ganzen Monat, sich des Tags mit Regierungsangelegenheiten beschäftigend und des Nachts weinend und trauernd. Als wieder Neumond war, fanden die gewöhnlichen Festlichkeiten statt und der Platz, vor welchem der Reis stand, blieb leer. Sumurt hatte die Augen nach der Rennbahn gerichtet, um zu sehen, wer kommen würde, und betete im Stillen, »Gütiger Gott, der du Jakob, seinen Sohn Josef, wiedergabst, schenke mir meinen Herrn Alishir wieder, du bist ja allmächtig.« Kaum hatte sie so gebetet, da schlich ein schmächtiger Mann wie eine Jungfrau herbei. Er war sehr blaß und doch der Schönste unter allen Männern, da er keinen leeren Platz mehr fand, setzte er sich vor die Reichsschüssel. Sumurt fasste ihn genau ins Auge und erkannte ihren Herrn Alishir. Sie wollte vor Freude laut schreien, fasste sich aber aus Scham vor den Leuten und blieb ruhig auf ihrem Thron sitzen, so, dass niemand etwas merkte. Die Ursache von Alishirs Ankunft war folgende. Als er auf der Bank erwachte, nachdem der Kurde Sumurt entführt hatte, fand er sich ohne Kopfbedeckung und merkte, dass ihm jemand im Schlaf seinen Turban gestohlen hatte. Er sagte den Spruch, den jeder ohne Scham im Munde führen mag, »Wir sind Gottes und kehren zu ihm zurück.« Er ging dann zur Alten, die ihm von Sumurt Nachricht gegeben, klopfte an ihre Tür und als sie herauskam, weinte er vor ihr, bis er in Ohnmacht fiel. Als er wieder zu sich kam, erzählte er ihr, was ihm geschehen. Aber die Alte schmähte ihn, machte ihm Vorwürfe und schlug ihn, bis er aus der Nase blutete und wieder in Ohnmacht fiel. Als Ali sich wieder erholte, sprach er folgende Verse. »Wie bitter ist die Trennung den Liebenden und wie süß das Wiedersehen! Gott vereinige alle Liebenden und beginne mit mir, denn ich bin dem Tode nahe!« Die Alte bemitleidete ihn wieder und sagte, »Bleibe hier, bis ich Kundschaft einziehe!« Sie blieb bis Mittag aus, kam wieder und sagte, »Ali, wenn du über den Verlust zu Murz sterben willst, so stirb nur, denn du siehst sie nie wieder. Wisse, dass die Bewohner des Schlosses morgens das Fenster ausgehoben fanden, das auf die Straße geht und zu Mord mit einem Geldsack vermissen. Ich habe schon an der Tür des Schlosses den Polizeiobersten und die Pedellen gesehen. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer Gott dem Erhabenen!« Als Ali Schier dies gehört, entbrannte seine mächtige Flamme in seinem Herzen. Er wurde heftig krank und die Ärzte verzweifelten an seinem Leben. Aber die Alte brachte ihm Ärzte und kochte ihm ein ganzes Jahr lang Suppen, bis er sich wieder erholte. Am Anfang des zweiten Jahres sagte die Alte, »Mein Sohn, wenn du hier bleibst, wirst du deine Geliebte nie wiederfinden. Mache dich auf und reise umher, vielleicht kannst du etwas von ihr erfahren.« Sie flößte ihm Lebensmut ein, führte ihn ins Bad, gab ihm Wein zu trinken und einen Hahn zu essen und pflegte ihn so lange, bis er wieder ganz bei Kräften war. Dann reiste er lange umher, bis er in die Stadt Sumurts kam. Schon streckte er die Hand aus, um zu essen. Seine Tischnachbarn bemitleideten ihn und sagten, »Iss nicht von dieser Schüssel!« Er erwiderte, »Lass mich nur essen, Sie mögen mir tun, was Sie wollen, vielleicht bekomme ich Ruhe von diesem qualvollen Leben.« Er aß drei Bissen nacheinander. Sumurts wollte ihn zu sich rufen lassen, aber sie dachte, er soll sich zuerst sättigen. Alle Leute waren begierig zu sehen, was ihm geschehen würde. Als er sich satt gegessen hatte, sagte die Königin zu einem ihrer Verschnittenen, »Geh zu dem jungen Mann, der Reis gegessen, und sage ihm, der König will zu deinem Besten mit dir sprechen und bringe ihn in artiger Weise hierher.« Der Verschnittene ging zu ihm und sagte ihm, »Der König will mit dir sprechen. Freue dich nur.« Als Ali vor Sumurt geführt wurde, schrien alle Leute, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer Gott dem Erhabenen. Wie wird es ihm wohl gehen?« Doch sagte einer, »Es wird ihm gut gehen, sonst hätte der König nicht gewartet, bis er sich satt gegessen.« Ali verbeugte sich vor Sumurt und grüßte sie. Sumurt erwiderte freundlich seinen Gruß und fragte ihn, »Wie heißt du? Was ist dein Geschäft und warum bist du hierher gekommen?« Ali antwortete, »O König, mein Name ist Ali Schier. Ich bin ein Kaufmann aus Torazan und suche meine Sklavin. Das ist meine Geschichte.« Er weinte dann heftig, bis er in Ohnmacht fiel. Sumurt ließ ihn mit Rosenwasser bespritzen, bis er sich wieder erholte. Dann ließ sie sich wieder Tafel und Feder bringen, schrieb etwas hinein und sagte, »Du hast wahrgesprochen. Gott wird dich bald mit ihr vereinen. Verzage nicht.« Sie befahl dann einem Diener, ihn ins Bad zu führen und nachher auf einem von des Königs Pferden ins Schloss zu bringen. Viele Leute sagten spottend untereinander, »Das ist schön, der Sultan ist mit einem Bettler zusammen.« Manche sagten, »Gewiß, weil der Fremde so schön ist. Ich wußte es gleich, sonst hätte er nicht gewartet, bis er sich gesättigt hat.« Dann trennten sich die Leute und Sumurt konnte die Nacht nicht erwarten, um mit dem Geliebten ihres Herzens allein zu sein. Als endlich der Mond zu leuchten anfing, ließ sie ihn holen und empfing ihn auf dem Thron, vor welchem Wachslichter brannten und den die Sterne beleuchteten. Ali verbeugte sich vor ihr und wünschte ihr Glück. Sie aber wollte eine Weile Scherz mit ihm treiben. Sie sagte ihm, »Iss etwas Hahn und Fleisch und trinke Wein mit Zucker, denn du bist müde. Dann komm her.« Als er gegessen und getrunken hatte, rief sie ihn zu sich und ließ sich ihre Füße von ihm kneipen. Dann forderte sie ihn auf, sich zu ihr auf den Thron zu setzen und als er sich sträubte, umarmte sie ihn und sagte, »Ich bin deine Sklavin Sumurd.« Am folgenden Morgen ließ Sumurd die Befehlshaber der Truppen und die Großen des Reichs versammeln und sagte ihnen, »Ich werde eine Reise nach dem Lande dieses Mannes machen. Wählt einen Stellvertreter, der bis zu meiner Rückkehr über euch regiere.« Als die Wahl vorüber war, begann sie sich zur Reise vorzubereiten, nahm Lebensmittel, Gold und allerlei Kostbarkeiten, reiste mit Ali schier in seine Heimat, ging in sein Haus, teilte viele Geschenke aus und gab viele Almosen, gebar ihm mehrere Kinder und lebte höchst glücklich mit ihm, bis der Zerstörer aller Freuden, der alles trennende Tod, sie überfiel. Ende von Abschnitt 50 Abschnitt 51 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ibn Mansurs und der Frau Bedur Der Kalif Harun Araschid hatte einst eine schlimme Nacht. Er fühlte sich so beklommen, dass er sich von einer Seite zur anderen herumwälzte und nicht einschlafen konnte. Da sagte er zu Masrur, Verschaffe mir ein Mittel zur Erheiterung. Masrur sagte, Willst du in den Garten gehen, der im Palast ist, und die Sterne aufgehen sehen und den Mond, der in ihrer Mitte sich im Wasser spiegelt? Der Kalif antwortete, Dazu habe ich keine Lust. Da sagte Masrur, Mein Herr, du hast dreihundert Mädchen in deinem Schloss. Wenn du willst, so gebiete ich einer jeden, sich allein in ihr Gemach zurückzuziehen. Du machst dann die Runde bei ihnen und unterhältst dich dabei. Harun erwiderte, Oh, Masrur, das Schloss ist das meinige und die Mädchen sind mein Eigentum. Das macht mir keine Freude. Da sagte Masrur, So will ich deinen Gesellschaftern und den Dichtern befehlen, dass sie dir Gedichte rezitieren. Der Kalif versetzte, Auch dafür habe ich jetzt keinen Sinn. Nun, versetzte Masrur, lass mir den Kopf abschlagen, vielleicht wird dir dann besser. Der Kalif lachte und sagte, Sieh einmal, wer von den Gesellschaftern an der Tür ist. Masrur ging hinaus, kehrte wieder zurück und sagte, Ali, der Sohn Mansurs, der Schalk aus Damaskus ist an der Türe. Der Kalif sagte, Bring mir ihn her. Ali grüßte den Kalifen. Dieser erwiderte ihm seinen Gruß und sagte, Oh, Sohn Mansurs, erzähle mir doch eine deiner Geschichten. Ali sagte, Soll ich etwas Überliefertes erzählen oder etwas, das ich mit Augen gesehen? Der Kalif antwortete, Erzähle lieber, was du selbst gesehen, denn etwas anderes ist, was man gehört hat und etwas anderes, was man mit eigenen Augen sieht. Da erzählte Ali, Wisse, ich habe jedes Jahr einen Gehalt von Mohammed, dem Sohne Sulaimans, Stadthalter von Basra, zu beziehen. Als ich einst nach meiner Gewohnheit zu ihm reiste, fand ich ihn bereit, auf die Jagd zu reiten. Er lud mich ein, mit ihm zu reiten. Ich sagte aber, dass ich nicht reiten könne und bat ihn, mich in dem für Gäste bestimmten Hause zu lassen. Er empfahl mich den Kammerherren, die mich mit viel Auszeichnung bewirteten. Da dachte ich, Bei Gott, wunderbar! Ich komme nun schon so lange nach Basra und kenne nichts als das Schloss des Stadthalters und den Garten. Wann werde ich so gut Zeit haben, wie jetzt, umherzugehen und die Stadt zu sehen? Ich beschloss daher auszugehen, um auch zugleich mein Essen zu verdauen, zog daher meine schönsten Kleider an und ging allein in der Stadt herum. Und du weißt, o Fürst der Gläubigen, dass Basra siebzig Quartiere hat, jedes siebzig Meilen groß. Ich verirrte mich bald und wurde durstig. Auf einmal kam ich vor eine große Türe mit zwei messigen Ringen und einem roten Vorhange, vor welcher ein paar Bänke von Reben umschattet, standen. Ich setzte mich vor diese Türe und hörte eine rührende Stimme aus einer traurigen Brust folgende Verse rezitieren. Mein Körper ist ein Sitz der Krankheit und der Trauer geworden, wegen eines jungen Rehs, das fern von mir weilt. O ihr Zehfiere der Wüste, die ihr meinen Schmerz aufwühlet, kehrt ein bei ihm, ich beschwöre euch, und macht ihm Vorwürfe, vielleicht wendet er sich mir wieder zu. Gebt ihm gute Worte, wenn er aufhorcht, erzählt von Liebenden, seid gütig gegen mich und fragt ihn auf mich anspielend, warum soll ich schuldlos durch Trennung verderben? Nie war ich ihm ungehorsam, nie brach ich den Liebesbund. Lächelt er, so fragt ihn, was würde es schaden, wenn du ihr Wiedervereinigung gewährtest? Sie liebt dich, wie sie soll, und bringt ihre Nächte schlaflos in Tränen und unter Seufzen zu. Zeigt er sich gütig, so ist mein Wunsch erfüllt, findet ihr ihn aber zornig, so führt ihn irre und stellt euch, als kennt ihr mich nicht. Ich dachte, ich möchte wohl mit meinen Augen die Person sehen, die eine so schöne Stimme hat. Ich näherte mich der Tür und hob den Vorhang auf. Da sah ich ein weißes Mädchen, schön wie der Mond, mit sich aneinander schließenden Augenbrauen, mit Augen und Hals wie die einer Gazelle, Lippen wie Karneol. Ihr Mund glich Salomons Siegelring, ihre Zähne den klarsten Perlen, ihr Busen Granatäpfeln und ihre Brust dem Marmor eines Badehauses, wie ein Dichter sagte, wenn sie sich nähert, bringt sie den Tod. Und wenn sie den Rücken kehrt, verwunden ihre Pfeile jedes liebende Herz. Sie gleicht der Sonne und dem Mond, doch ist es nicht ihre Art, sich fernzuhalten. In ihren Armen öffnet sich die Pforte des Paradieses, und über ihrem Hals strahlt der Vollmond. Als das Mädchen mich erblickte, sagte es ihrer Sklavin, sieh, wer an der Tür ist. Die Sklavin kam zu mir und sagte, o alter Mann, schämst du dich nicht, mit deinem grauen Haar in ein fremdes Haus einzudringen, um anderer Leute Frauen zu sehen? Ich antwortete, entschuldige mich, ich bin hier fremd und sterbe halb vor Durst. Da rief das Mädchen eine ihrer Sklavinnen und sagte ihr, gib ihm aus dem goldenen Becher zu trinken. Sie brachte mir einen goldenen Becher, mit Perlen und Edelsteinen besetzt, nach Moschus duftend und mit einem grünen, seidenen Tuche zugedeckt. Ich trank langsam und warf dem Mädchen verstohlene Blicke zu, dann gab ich den Becher zurück und blieb stehen. Da sagte das Mädchen, was willst du noch? Ich erwiderte, ich denke über den Wechsel des Schicksals nach. Du hast recht, die Zeit übt Wunder, doch was veranlasst dich dazu? Ich dachte an den Besitzer dieses Hauses, der mein Freund war. Wie hieß er denn? Sein Name war Mohammed, der Sohn Alice des Juweliers. Er war ein sehr reicher Mann, hat er wohl Kinder hinterlassen? Eine Tochter, welche Bedur heißt und sein ganzes Vermögen geerbt hat. Mir ist, als wärest du diese Tochter. Ja, die bin ich auch, doch hast du nun lange genug geschwatzt, geh jetzt deines Wegs. Gut, doch ich sehe schwere Sorgen auf deinem Gesicht, mache mich mit deinem Schicksal bekannt, vielleicht kann ich dir helfen. Wenn du ein zuverlässiger Mann bist, so will ich dir mein Geheimnis anvertrauen, doch sage mir zuerst, wer bist du denn? Meine Dame, ich bin Ali, der Sohn Mansurs, der Schalk aus Damaskus, der Tischgenosse Harun Araschitz, des Fürsten der Gläubigen. Als sie meinen Namen hörte, stieg sie vom Sofa herunter, grüßte und bewillkommte mich und sagte, ich liebe und bin von meinem Geliebten getrennt. Du bist ja so vornehm und hübsch und liebst gewiss auch nur einen edlen Mann. Ich liebe Jubaia, den Emir der Söhne Scheiban, den schönsten und gebildetsten Mann seiner Zeit. Wechselt ihr keine Briefe miteinander und habt ihr keine Zusammenkünfte? Freilich, doch ist noch kein Ehekontrakt zwischen uns geschlossen. Und wie habt ihr euch dann entzweit? Eines Tages machte mir diese Sklavin hier die Haare und als sie mir meine Zöpfe geflochten hatte, gefiel ich ihr so gut, dass sie über mich herfiel und mir die Wangen küsste. Jubaia trat plötzlich herein und als er dies sah, ging er zornig weg und seither lässt er nichts mehr von sich hören. Und was kann ich jetzt für dich tun? Bring ihm einen Brief von mir, wenn er dir eine Antwort gibt, so sollst du 500 Dinare von mir haben, wo nicht, gebe ich dir 100 Dinare für deine Mühe. Als ich mich dazu bereit erklärte, ließ sie sich von einer Sklavin in Tinte und Papier bringen und schrieb folgende Verse. O Geliebter, wie lange soll noch dieser Zustand dauern? Wo ist unsere frühere Liebe hingekommen? Wie lange soll noch der Schlaf mich fliehen? Wann werde ich dein altes Gesicht wiederfinden? Gewiss hast du den Verleumdern dein Ohr zugeneigt, aber hüte dich, ihren falschen Worten zu glauben. Bei deinem Leben, sprich, was hast du von ihnen gehört? Du weißt es ja, sei nur gerecht. Bedenke, wie leicht jedes Wort verunstaltet werden kann. Ist nicht selbst die Tora, das Wort Gottes, von einem ganzen Volke verfälscht worden? Die Muselmänner glauben, das jetzt vorhandene Alte und Neue Testament sei nicht das von Gott geoffenbarte. Wie oft haben sich schon falsche Gerüchte verbreitet? Hat Jakob geglaubt, Josef habe gestohlen? Einst wird ein furchtbarer Tag kommen, wo du und ich und meine Verleumder alle zusammentreffen werden. Sie versiegelte den Brief und überreichte ihn mir. Ich ging zu Jubai und wartete in seinem Haus, bis er von der Jagd zurückkam. Als ich ihn auf seinem Pferd sah, verblendete mich seine Schönheit ganz. Er kannte mich aber, grüßte und umarmte mich und ich glaubte, die ganze Welt zu umarmen. Er führte mich dann in sein Haus und ließ mich auf sein Sofa sitzen. Nachdem wir ausgeruht waren, wurde ein Tisch vom feinsten Holz aus Korazan mit allerlei Backwerk, Braten und süßen Speisen beladen, vor uns aufgestellt. Als mich Jubai zum Essen einlud, schwur ich, »Bei Gott, ich werde keinen Bissen essen, bis du mein Anliegen anhörst.« Er fragte, »Und worin besteht es?« Da überreichte ich ihm Beduers Brief. Als er ihn gelesen und den Inhalt verstanden hatte, zerriss er ihn, warf ihn auf den Boden und sagte, »O Eben Mansur, was du auch für ein Anliegen haben magst, ich will es dir gern gewähren, doch diesen Brief werde ich nicht beantworten.« Ich stand zornig auf, aber er hielt mich am Kleid fest und sagte, »Ich will dich etwas fragen.« »Was denn?« »Hat dir nicht die Schreiberin dieses Briefs 500 Dinare versprochen, wenn du ihr eine Antwort bringst? Und 100 Dinare für deinen Gang?« »Ja.« »Nun bleibe heute bei mir, iss und trink, du sollst von mir 500 Dinare haben.« Ich blieb bei ihm, wir aßen und tranken und unterhielten uns mit allerlei Erzählungen. Dann sagte ich, »Mein Herr, gibt es keinen Gesang in deinem Haus?« Er erwiderte, »Bei Gott, du hast recht. Wir trinken schon gar zu lange ohne Musik.« Er rief hierauf eine Sklavin aus ihrem Gemache. Sie kam mit einer fein polierten Laute in einem seidenen Sack, setzte sich, legte sie auf ihren Schoß, präludierte ein wenig und sang dann folgende Verse. Wer die Süßigkeit und das Bittere der Liebe nicht kennt, der weiß, die Nähe des Geliebten von seiner Anwesenheit nicht zu unterscheiden. Wer nicht den rechten Pfad in der Liebe wandelt, dem sind sanfte und raue Pfade gleich. Ich habe mich der Liebe hingegeben, bis ich mit ihren Freuden und ihrem Leid vertraut wurde. Ich habe den Kelch der Liebe so weit gelehrt, dass ich vor Freien und vor Sklaven mich demütigte. Wie manche Nacht hat mein Geliebter bei mir zugebracht und mich aus seinem Munde Wonnetrank küssen lassen. Aber die Nacht unserer Vereinigung war so kurz, als hätte die Morgenröte den Abend berührt. Dann hat das Schicksal gelobt, uns zu trennen und bald hat es sein Gelübde erfüllt. Doch wer kann sich der Bestimmung widersetzen? Welcher Sklave kann den Befehl seines Herrn trotzen? Als die Sklavin diese Verse gesungen hatte, schrie ihr Herr laut auf und fiel in Ohnmacht. Die Sklavin sagte nur, Möge dich Gott nicht strafen. Wir trinken schon lange ohne Gesang und unser Herr bleibt ruhig. Nun, gehe in dein Gemach, dort ist ein Bett für dich. Unser Herr wird diese Nacht nicht mehr zum Bewusstsein zurückkehren. Ich schlief in meinem Zimmer bis zum folgenden Morgen. Da kam ein Junge und brachte mir 500 Dinare und sagte, Hier ist, was mein Herr dir versprochen. Du brauchst nicht zu dem Mädchen zurückzugehen. Niemand hat uns gehört und wir werden alles verschweigen. Ich nahm den Beutel, ging fort und dachte, Das Mädchen erwartet dich bei Gott. Ich muss zu ihr und ihr erzählen, was zwischen mir und ihrem Geliebten vorgefallen. Sie wird sonst über mich und alle meine Landsleute schimpfen. Als ich zu ihr kam, sagte sie, sobald sie mich sah, Deine Sendung ist nicht gelungen. Woher weißt du das? Soll ich dir noch mehr sagen? Als du ihm den Brief gabst, zerriss er ihn, warf ihn weg und sagte dir, er wolle dir alles gewähren, nur diesen Brief nicht beantworten. Du standest dann zornig auf, er hielt dich aber zurück, bot dir 500 Dinare an und hieß dich den Tag über bei ihm bleiben. Du unterhielst ihn dann, eine Sklavin kam zuletzt und sang, bis Jubai in Ohnmacht fiel. Warst du denn bei uns? Weißt du nicht, was einmal ein Dichter sagte? Die Herzen der Liebenden sehen besser als anderer Menschen Augen. Bedur fuhr dann fort. O Ibn Mansur, es vergeht kein Tag und keine Nacht über etwas, ohne dass eine Veränderung damit vorgehe. Sie hob dann ihr Auge gen Himmel und sprach, mein Gott und mein Herr, verpflanze die Liebe, die ich für Jubaiere fühle, in sein Herz. Hierauf gab sie mehr hundert Dinare, ich verließ sie und ging zum Stadthalter von Basra, der von der Jagd zurück war, nahm meinen Gehalt in Empfang und kehrte wieder nach Bagdad zurück. Als ich im folgenden Jahre wieder nach Basra kam und nach vollendetem Geschäfte nach Bagdad zurückreisen wollte, dachte ich, bei Gott, ich will doch einmal sehen, was zwischen Bedur und ihrem Geliebten sich ereignet hat. Ich ging nach ihrem Haus, da fand ich vor der Türe reingekehrt und gespritzt, ich sah schöne Teppiche und eine Menge Diener und dachte, gewiss hat der Kram das Mädchen getötet und nun wohnt irgendein Emir in ihrem Hause. Ich ging weg und begab mich nach Jubeires Wohnung, da fand ich die Bänke zerstört und kein Diener war an der Türe, ich dachte, der ist gewiss auch gestorben, blieb eine Weile an der Türe stehen und sprach folgende Trauerverse. O meine Freunde, sie sind dahin und mein Herz folgt ihnen, o kehrten sie doch wieder, das wäre ein Festtag für uns. Ich stehe vor eurer Wohnung und klage und weine. Ich frage die trauernden Ruinen des Hauses, wo sind die, welche so selig in euren Mauern waren? Ziehe weiter, antworten sie, die Freunde sind ausgewandert und ruhen unter der Erde. Möge uns Gott ihre schönen Handlungen nach allen Seiten hin vorführen und ihre Verdienste nie verhüllen. Während ich so die Bewohner dieses Hauses betrauerte, trat ein schwarzer Sklave zu mir heraus und sagte, o hätte dich deine Mutter doch nie geboren, was betrauerst du dieses Haus so? Ich antwortete, es gehörte einem meiner Freunde. Wie hieß er denn? Jubeire, sage, was ist ihm denn geschehen? Er ist ganz wohl, nur hat ihn Gott mit der Liebe eines Mädchens heimgesucht, welche Bedur heißt, und die Liebe hat ihn in einen harten Felsenstein verwandelt. Wenn er hungert, fordert er nicht zu essen und wenn er dürstet, sagt er nicht, gebt mir zu trinken. Frag den einmal, ob ich ihn besuchen darf. Mein Herr, willst du einen verständigen Mann oder einen Verrückten besuchen? Ich muss jedenfalls zu ihm. Der Sklave führte mich zu Jubeire, ich redete ihn an, er blieb aber wie ein Stein und sprach kein Wort. Eines seiner Sklavinnen sagte mir dann, rede ihnen Versen an, sonst wird er dir nicht antworten. Ich richtete folgende Verse an ihn. Hast du Bedurs Liebe vergessen oder tust du dir Gewalt an? Durchwachst du deine Nächte oder schläft dein Auge? Wenn deine Tränen reichlich fließen, so wisse, dass deine Schuld die größere ist. Da öffnete er seine Augen, hieß mich willkommen und sagte, Nun ist der Scherz ernst geworden. Ich sagte, Mein Herr, bedarfst du mein? Er antwortete, Ich will dir einen Brief mitgeben. Bringst du mir Antwort, so sollst du tausend Dinare, wo nicht, so gebe ich dir zweihundert Dinare für deinen Gang. Ich sagte, Tue, was dir gut dünkt. Jubeire ließ sich von einer Sklavin Tinte und Papier bringen und schrieb folgende Verse. Ich beschwöre euch bei Gott, habt Geduld mit mir, denn die Liebe hat mir den Verstand geraubt. Einst schätzte ich die Liebe gering und hielt sie für etwas Leichtes. Nun hat sie sich meiner bemächtigt und treibt mich auf einem stürmischen Meer wild umher. Und ich entschuldige ihre Opfer. Habt nun Mitleid mit mir und beglückt mich mit eurer Nähe. Er versiegelte dann den Brief und überreichte mir ihn. Ich ging damit zu Bedur und hob den Vorhang wie früher ein wenig zurück. Da sah ich zehn Jungfrauen wie der Mond und in ihrer Mitte war Bedur, welcher man keinen Kummer mehr ansah. Als sie mich erblickte, bewillkommte sie mich und hieß mich hereinkommen. Ich näherte mich ihr, grüßte sie und überreichte ihr Jubairis Brief. Als sie ihn gelesen und verstanden hatte, sagte sie lachend, ein Dichter hat gesagt, ich ertrage standhaft deine Liebe und warte mit Geduld, bis wieder ein Bote von dir zu mir kommt. Nun, Ebenmansur, ich will ihm antworten, damit er dir gebe, was er dir versprochen. Ich dankte ihr, sie ließ sich von einer Sklavin in Tinte und Papier bringen und schrieb folgende Verse. Warum habt ihr mich verlassen, als ich euch treu war? Warum wart ihr ungerecht, als ich gerecht war? Ihr allein habt die Trennung gewollt, als ich sorgsam die Liebe pflegte und eure Ehre schonte. Nun habe ich mit eigenen Augen gesehen und auch von anderen gehört, was mir an euch missfällt. Soll ich mich erniedrigen und euch länger verehren? Wahrlich, hättet ihr mich geehrt, so wäret ihr auch von mir geehrt worden. Nun will ich aber mein Herz von euch abwenden und eure Liebe ganz abschütteln. Ich sagte, bei Gott, meine Herren, dieser Brief wird ihm den Tod geben. Ich zerriss ihn und bat sie, andere Verse zu schreiben. Sie schrieb, ich bin getröstet und der Schlaf ergötzt mein Auge wieder, denn die Tadler haben mir alles berichtet. Mein Herz hat euch nun vergessen und meine Augenlider wollen nicht länger wachen. Ich sagte, bei Gott, meine Herrin, sobald er diese Verse zu Gesicht bekommt, wird die Seele aus seinem Körper entfliehen. Sie versetzte, nun, Ibn Mansur, so weit ist es gekommen. Ich erwiderte, er verdient noch mehr als dies, aber Verzeihung, ist eine Tugend edler Menschen. Sie ließ sich dann wieder Tinte und Papier reichen und schrieb mit Tränen im Auge einen Brief, wie ihn niemand im Diwane zu schreiben imstande wäre. Es waren auch folgende Verse darin. Wie lange noch so hochmütig und so ungerecht? Solltest du geheilt sein, während mein Herz mächtig pocht? Habe ich, ohne es zu wissen, gefehlt, so sage mir, was war mein Vergehen? Du bist mir teurer als der Schlaf meinen Augen. Hast du den Liebeskelch gelehrt, so tadele mich nicht, wenn du mich betrunken siehst. Als Bedur geschrieben hatte, versiegelte sie den Brief, ich sagte, dieser Brief muss jeden Kranken heilen, nahm ihn und ging damit fort. Da rief sie mir noch nach, sage ihm, ich werde diesen Abend sein Gast sein. Ich freute mich sehr und eilte zu Jubeire, dessen Augen stets nach der Tür gerichtet waren, weil er eine Antwort erwartete. Sobald er den Brief gelesen hatte, schrie er laut auf und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, sagte er, O Ibn Mansur, hat Bedur diesen Brief mit ihrer Hand geschrieben? Ich erwiderte, Mein Herr, schreiben denn die Leute mit den Füßen? Und bei Gott, kaum hatte ich dies gesagt, so hörten wir schon das Geklörr ihrer Fußringe. Als Jubeire sie sah, sprang er auf und umarmte sie, als hätte er gar keinen Schmerz mehr. Dann setzte er sich nieder, sie aber blieb vor ihm stehen, und als ich sie fragte, warum sie nicht neben ihm Platz nehme, sagte sie, Ich setze mich nur unter einer Bedingung. Ich fragte, was das für eine Bedingung wäre. Sie erwiderte, Das ist ein Liebesgeheimnis, das niemand wissen darf. Sie sagte dann Jubeire etwas ins Ohr, worauf dieser antwortete, Recht gerne. Dann sprach er geheim mit einem seiner Sklaven, der sogleich wegging und bald wieder mit dem Kadhi und zwei Zeugen zurückkam. Jubeire holte einen Beutel mit tausend Dinaren und sagte zum Kadhi, Schreibe den Ehekontrakt zwischen mir und diesem Mädchen. Hier sind tausend Dinare als Morgengabe. Der Kadhi fragte sie, ob sie einwillige, und als sie seine Frage bejahte, schrieb er den Kontrakt. Bedur nahm dann eine Handvoll Gold, gab es dem Kadhi und den Zeugen und reichte Jubeire das übrige Geld zurück. Ich blieb dann in angenehmster Unterhaltung bei ihnen, bis der größte Teil der Nacht vorüber war. Dann dachte ich, hier sind zwei Liebende, die lange getrennt waren, ich will sie nun allein lassen. Als ich aber aufstand, hielt mich Bedur zurück und sagte, Was ist dir eingefallen? Du hast gewiss gedacht, wir wollten allein sein, aber bleibe nur sitzen, wir wollen dir schon sagen, wenn du gehen sollst. Ich blieb noch bei ihnen, bis nahe am Morgen. Dann hieß mich Bedur in ein Zimmer gehen, wo ein Bett für mich war, und ich schlief bis in den Tag hinein. Als ich aufstand, kam ein Diener mit einem Waschbecken und wusch mich und betete das Morgengebet. Da kamen Jubeire und seine Frau aus dem Bad, das im Hause war, und pressten ihre Locken aus. Ich wünschte ihnen guten Morgen und Glück zu ihrer Vereinigung und sagte, Wer ein frommes Versprechen macht und es hält, dem geht es gut. Jubeire erwiderte, Du hast recht und verdienst es. Er rief dann seinen Schatzmeister und ließ mir tausend Dinare geben. Ich sagte aber, Ich werde nichts nehmen, bis du mir erzählst, warum du sie wieder so heftig geliebt, nachdem du so lange von ihr getrennt bliebst. Er antwortete, Wisse, wir haben ein Fest, man nennt es das Schifferfest. Da fahren alle Leute im Nachen spazieren. Ich fuhr auch mit meinen Freunden aus, da sah ich einen Nachen mit zehn Mädchen darin wie der Mond. Bedur war in ihrer Mitte und hatte ihre Laute bei sich. Ich folgte ihrem Nachen und hörte, wie sie sang, Feuer ist kälter als die Flamme meines Herzens. Felsen sind weicher als das Herz meines Geliebten. Ich wundere mich über seine sonderbare Natur. Wie schlägt ein so hartes Herz in einem Körper, welcher sanfter ist als Wasser? Ich bat sie, diese Verse zu wiederholen, aber sie weigerte sich. Da sagte ich den Matrosen, sie sollten ihr Orangen nachwerfen und sie taten dies in solchem Maße, dass ich befürchtete, ihr Nachen möchte untergehen. Hierauf ging sie ihres Weges fort und meine Liebe zu ihr nahm zu. Ich wünschte ihnen dann noch einmal Glück zu ihrer Wiedervereinigung, nahm die tausend Dinare und kehrte in meine Heimat zurück. Der Kalif war durch diese Geschichte zerstreut und sein Geist heiterte sich wieder auf. In der nächsten Nacht begann Shehazad die Geschichte der sechs Mädchen. Ende von Abschnitt 51 Abschnitt 52 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der sechs Mädchen Einst saß Mamun, der Fürst der Gläubigen, in seinem Schloss von vielen Dichtern, Gesellschaftern und Staatsräten umgeben. Da wendete er sich zu einem seiner Tischgenossen, sein Name war Mohammed, und sagte ihm, Erzähle mir etwas, was ich nie gehört. Mohammed fragte, Soll ich etwas erzählen, das ich selbst gesehen oder was ich gehört habe? Mamun erwiderte, Erzähle, was du gesehen, das ist doch besser, als was man nur gehört hat. Da begann Mohammed. Ein reicher Kaufmann aus dem südlichen Arabien, der sich in Bagdad niederließ, hatte sechs Sklavinnen. Die eine war weiß, die andere braun, die dritte stark, die vierte mager, die fünfte gelb und die sechste schwarz. Alle aber hatten schöne Gesichtszüge und besaßen einen hohen Grad von Bildung und große Fertigkeit in Gesang und Musik. Eines Abends, als die alle beisammen waren, gegessen, getrunken, Verse rezitiert und gesungen hatten, sagte ihnen ihr Herr, Ihr habt doch alle den Koran gelesen, seid in der alten Geschichte bewandert und kennt die besten Gedichte. Bewähret nun eure Belesenheit dadurch, dass eine jede von euch ihre Vorzüge und die Mängel der Andersaussehenden hervorhebe und Belege dafür aus dem Koran, aus Dichtern und alten Sagen anführe. Da erhob sich die weiße Sklavin und sagte, zur Schwarzen hinblickend, Wehe dir, ich bin das helle Licht und der klare Mond, meine Farbe ist die der weißen Rose, des freundlichen Tages, da schimmernden Sterne. Auch hat der Prophet Gottes gesagt, die, deren Gesicht weiß, unschuldig ist, werden ewig in der Gnade Gottes verharren. Die Muselmänner sind durch weiße Turbane von den Ungläubigen unterschieden, auch fällt der Schnee weiß vom Himmel herunter. Ich könnte noch unendlich viele Vorzüge der weißen Farbe herzählen, aber ich gehe lieber zu deinen Mängeln über, du schwarzes Werk eines Schmieds, du trennungbringender Rabe. Kennst du nicht die Worte des Dichters? Kostbar ist die weiße Perle, aber schwarze Kohlen haben nur geringen Wert. Ein weißes Gesicht verkündet Glück und Freude, ein schwarzes deutet auf eine Höllennatur. Du wirst auch wohl wissen, dass die Schwarzen von Kamm abstammen, den Noah wegen seiner Unbescheidenheit verfluchte und nach Abyssinien verbannte. Auch stimmen alle Leute darin überein, dass die Schwarzen wenig Verstand haben und es gibt ein Sprichwort, ein Schwarzer und ein Verständiger trifft nie zusammen. Auf den Wink ihres Herrn erhob sich dann die Schwarze und sagte, ihre Hand gegen die Weiße hinstreckend, Weißt du nicht, dass Gott im Koran schwört, bei der Nacht, wenn sie dunkelt, bei dem Tage, wenn er leuchtet? Wäre die Nacht etwas Verächtliches, so hätte Gott nicht dabei geschworen und sie dem Tage vorgesetzt. Ist nicht schwarzes Haar die Zierde des Mannes, während Weißes nur freudenloses Leben und nahen Tod bringt? Wäre die schwarze Farbe nicht die kostbarste, so fände sie nicht mitten im Herzen und im Auge Platz. Ist ferner nicht die Nacht der liebenden Holt? Ist das Wort Gottes nicht mit schwarzer Tinte geschrieben und sind Moschus und Ambra nicht auch schwarz? Du rühmst dich deiner weißen, kalten, aussatzartigen Farbe und denkst nicht daran, dass auch Schnee und Hagel die Pein der Hölle vermehren. Auch hat ein Dichter gesagt, was ist kostbarer als Moschus? Was wohl feiler als Gips? Das Weiße im Auge nützt gar nichts. Nur das Schwarze hat hohen Wert. Der Kaufmann ließ die Starke aufstehen, welche ihren Arm und ihre Beine entblößte und nach der schmächtigen Hindeutend sagte, gepriesen sei Gott, der mich so fett geschaffen und in seinem edlen Buche den Vorzug des Fetten hervorgehoben, in dem es heißt, und er, Abraham, brachte ein fettes Kalb. Ich gleiche einem Garten mit Pfirsichen und Granatäpfeln und allerlei Blumen, jedermann isst lieber einen fetten als einen magern Vogel oder Hammel. Soll ich lange mit der magern Rechten mir ihren Spatzenbeinen und Ofengabeln mit ihrem galgenholzigen Körper, aus dem überall Hörner hervorstehen? Der Kaufmann lachte und hieß sie sitzen. Auf seinen Wink begann die Magere, gelobt sei Gott, der mir eine so reizende Gestalt verliehen, ich habe nie gehört, dass jemand seine Geliebte einem Elefanten oder einem fetten Kamele verglichen, sondern dem Zweige des Bahnen, einem indischen Rohre oder einer durstigen Gazelle. Ich bin immer frisch und munter, bewege mich leicht wie ein Spatz und sättige mich mit Wenigem. Doch du, Fettleibige, wärest freilich zum Schlachten gut, aber auch sonst zu nichts. Du bist immer ernst und düster, gehst du, wirst du müde, sitzest du, kannst du nicht mehr aufstehen, bist du am Essen, wirst du nimmer satt, schläfst du, wirst du nicht mehr wach und schnarchst wie ein geschlachteter Ochs. Du gleichst, wie ein Dichter sagte, einem aufgeblasenen Schlauche, bist unbeweglich wie ein Berg und trittst du einmal im äußersten Westen auf, so hört man dich im fernsten Osten. Auf den Wunsch des Kaufmanns erhob sich dann die Gelbe und sagte, sich zur Braunen wendend, Meine Farbe hat der Barmherzige über jede andere erhoben, indem es von ihr heißt, sie sei gelb, von einer Farbe, die jedes Auge erfreut. Meine Farbe ist die der Dinare, der Sterne, des Mondes, der Äpfel und des Safrans. Von mir hat ein Dichter gesagt, meine Geliebte gleicht der strahlenden Sonne, ihre Farbe ist im Auge angenehm, wie Dinare, ihr Anblick ist erfreulicher als Safran. Weißt du aber, wessen Farbe du an dir trägst? Die eines Büffeloxen, den jeder verabscheut, eines giftigen Rosts, eines Wolfsknies, eines Sandhaufens. Du hast eine Zwitterfarbe, die niemand mag. Es gibt weder braune Rosen noch braunes Gold. Endlich stand die Braune auf und rief, gelobt sei Gott, der mich nicht weiß, nicht schwarz und nicht gelb geschaffen, denn meine Farbe ist die beliebteste und die von den Dichtern am meisten Gepriesene, was wird bei Mädchen und Jünglingen mehr besungen als ein braunes Mahl auf den Wangen? Am wenigsten aber beneide ich dich, du gelbe Nachteule, du elfenbeinfarbiger Höllenfraß, du ekelhafter Brei. Von dir hat ein Dichter gesagt, wenn ich eine gelbe sehe, so glaube ich, sie sei krank, und soll ich mich ihr nähern, fühle ich Der Kaufmann stellte dann wieder den Frieden unter ihnen her und schenkte jeder ein schönes Kleid und überschüttete sie mit Gold und Edelsteinen. Als der Kalif diese Geschichte hörte, lachte er, bis er umfiel. Dann ließ er durch Mohammed die sechs Sklavinnen für sechstausend Dinare kaufen. Aber bald nachher erhielt er vom Kaufmann folgende Verse »Sechs Schönheiten haben mein Herz gestohlen und meine Freude ist mit ihnen dahin. Sie waren mein Gehör, mein Gesicht, meine Nahrung, mein Schlaf, mein Leben. Mein Bedauern ist so groß, dass ich mich nach dem Grabe sehne. Diese Verse rührten den Kalifen so sehr, dass er dem Kaufmann seine Sklavinnen wieder zurückschickte und ihnen kostbare Kleider und noch sechstausend Dinare dazu schenkte. Hierauf erzählte Scheersat die Geschichte Jaudars. Ende von Abschnitt 52 Abschnitt 53 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Jaudars Teil 1 von 2 Es lebte einst ein Kaufmann, welcher Omar hieß und drei Söhne hatte. Der eine hieß Salem, der andere Jaudar und der dritte Selim. Omar liebte Jaudar mehr als die beiden anderen Söhne. Diese waren deshalb eifersüchtig auf ihren Bruder und hassten ihn. Als Omar dies merkte, befürchtete er, es möchte Jaudar nach seinem Tode Unrecht geschehen, daher ließ er gerichtliche Teilungskommissäre und rechtskundige Männer zu sich rufen, holte all sein Geld und seine Waren herbei, teilte es in vier Teile, gab jedem seiner Söhne einen Teil und behielt für sich einen Teil, der nach seinem Tode seiner Frau zufallen sollte. Omar starb bald nach dieser Teilung. Salem und Selim forderten Jaudar vor Gericht und behaupteten, er habe einen Teil des Vermögens ihres Vaters für sich behalten. Jaudar berief die Zeugen, die bei der Teilung zugegen waren und wurde freigesprochen. Doch kostete ihn der Prozess viel Geld und seine Brüder büßten noch mehr ein durch allerlei Bestechungen, die sie gegeben hatten. Bald darauf gingen sie zu einem anderen Gericht, teilten wieder viele Bestechungen aus und führten so lange Prozess mit Jaudar, bis sie endlich insgesamt ihr Vermögen eingebüßt hatten und alle drei arm wurden. Salem und Selim gingen dann zu ihrer Mutter, verspotteten und schlugen sie und nahmen ihr Geld. Sie kam zu Jaudar und klagte ihm, was seine Brüder ihr getan und verwünschte sie. Jaudar sagte, »Lass sie sein, Gott wird ihnen ihre Handlungen vergelten. Wir haben lange Prozess geführt, bis wir alle verarmten. Soll ich jetzt deinetwillen einen neuen Prozess anfangen? Das wird zu nichts führen. Bleibe du bei mir und ich lasse dir den Leib Brot, den ich essen wollte. Gott wird mir deinetwillen helfen und mir Nahrung verschaffen. Jaudar kaufte sich ein Netz und fischte in Bulag, Alt Kahira und anderen Orten, jeden Tag bald für zwanzig, bald für dreißig Drachmen Fische, dafür kaufte er zu essen für sich und seine Mutter und lebte recht vergnügt. Seine Brüder trieben aber kein Handwerk und keinen Handel, verschwendeten bald, was sie von ihrer Mutter genommen und liefen nackt und hungrig als gemeine Bettler umher. Während Jaudar fischte, kamen sie zu ihrer Mutter, demütigten sich vor ihr und klagten ihr ihre Not. Da einer Mutter Herz immer weich ist, gab sie ihnen trockenes Brot, das sie hatte, oder übrig gebliebene Speisen und sagte, esset geschwind und gehet wieder, ehe euer Bruder Jaudar zurückkommt, dass er mir nicht böse werde. Sie aßen immer schnell und machten sich wieder fort, bis eines Tages, als sie gerade aßen, Jaudar zurückkehrte. Die Alte wurde verlegen, als Jaudar ins Zimmer trat. Sie fürchtete seine Heftigkeit und neigte beschämt ihr Haupt zur Erde. Er aber war freundlich gegen seine Brüder, hieß sie willkommen, nannte diesen Tag einen Gesegneten, umarmte sie und machte ihnen Vorwürfe, dass sie ihn so lange nicht besucht. Sie sagten, bei Gott, wir hatten schon viel Sehnsucht nach dir, aber wir schämten uns zu kommen wegen dessen, was zwischen uns vorgefallen. Wir bereuen schon längst unsere Handlungsweise und erkennen sie als ein Werk des Satans, den Gott verdamme. Was haben wir denn auf der Welt außer dir und unserer Mutter? Die Alte sagte zu Djaudar, Djaudar, Sohn, Gott, lasse dein Gesicht hell strahlen und vermehre dein Wohl. Djaudar lud seine Brüder ein, bei ihm zu bleiben und Gottes Segen mit ihm zu genießen. Sie übernachteten bei ihm und frühstückten am anderen Morgen. Djaudar ging dann mit seinem Netz auf Gott vertrauend vor das Tor. Des Mittags gab ihnen seine Mutter zu essen und des Abends kam er mit Fleisch und Gemüse zurück, das sie miteinander verzehrten. So lebten sie einen Monat lang. Djaudar fischte und seine Brüder gingen ihrem Vergnügen nach. Eines Tages ging Djaudar wie gewöhnlich an den Fluss, warf aber das Netz dreimal aus und zog keinen Fisch herauf. Er dachte, an dieser Stelle gibt es keine Fische, ging weiter, warf von neuem das Netz aus und zog es wieder leer herauf. So ging er von morgens bis abends von einem Ort zum anderen, ohne den kleinsten Fisch zu fangen. Da sagte er, sonderbar, es gibt gar keine Fische mehr im Fluss, nahm das Netz auf den Rücken und ging traurig heimwärts wegen seiner Mutter und seiner Brüder, denen er nichts zu essen bringen konnte. Als er in einem Bäckerladen vorüberkam, an den sich die Leute mit dem Geld in der Hand hindrängten, ohne dass der Bäcker sie beachtete, blieb er seufzend stehen. Da fragte ihn der Bäcker, »Chao da, brauchst du Brot?« Chao da schwieg. Der Bäcker, der seine Verlegenheit bemerkte, sagte, »Wenn du kein Geld hast, so tut das nichts, nimm nur so viel du brauchst, ich borge dir.« Chao da versetzte, »Gib für zehn Fadda Brot und nimm dieses Netz zum Unterpfand.« Aber der Bäcker erwiderte, »Wovon sollst du dich ernähren, wenn ich das Netz habe? Nimm nur das Brot, hier hast du noch zehn Fadda dazu, und bring mir morgen für zwanzig Fadda Fische.« Chao da nahm das Brot und das Geld, kaufte Fleisch und Gemüse dafür und brachte es nach Hause. Seine Mutter kochte es und sie aßen zusammen und legten sie schlafen. Am anderen Morgen stand er früh auf und ging mit dem Netz fort. Seine Mutter sagte ihm, »Frühstücke erst!« Er erwiderte aber, »Frühstücke du nur und meine Brüder!« und ging nach Bulag an den Nil, warf das Netz wieder dreimal aus, ohne etwas zu fangen. Er ging an einen anderen Ort und lief den ganzen Tag herum, ohne einen Fisch zu sehen. Er ging bestürzt zum Bäcker und wollte sich bei ihm entschuldigen, aber der Bäcker sagte, »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nimm nur dein Brot. Hast du heute nichts gefangen, so wirst du morgen umso mehr fangen, und wenn du auch morgen leer heimkehrst, so komme nur und hole dein Brot. Ich borge dir. Aber auch am dritten Tag, als Jauda an den Seen fischte, kehrte er ohne Fische heim und ebenso die folgenden vier Tage. Da dachte er, »Ich will nun einmal an den See Karun gehen und dort mein Glück versuchen.« Als er dort war und eben das Netz auswerfen wollte, kam ein Abendländer auf einem Maulesel reitend. Er selbst war königlich gekleidet und alles Geschirr des Tieres sowie der auf dem selben liegende Quersack war mit Gold gestickt. Er grüßte Jauda und sagte ihm, »Wenn du mir einen Dienst tun willst, sollst du reichen Lohn dafür erhalten und mein Glücks Gefährte werden.« Jauda sagte, »Mein Herr, ich bin zu allem bereit, was soll ich tun?« Der Abendländer erwiderte, »Zuerst lass uns die ersten Verse des Korans beten.« Und als dies geschehen war, zog er eine seidene Schnur heraus und sagte zu Jauda, »Binde mich damit fest, wirf mich in den Teich und warte eine Weile. Siehst du, dass ich eine Hand aus dem Wasser strecke, so fange mich mit deinem Netz, strecke ich aber zuerst einen Fuß aus dem Wasser, so wisse, dass ich tot bin. Du kannst mich im Teich lassen. Nimm nur dieses Maultier und den Sack, bring ihn einem Juden namens Shamia, der auf dem Bazar sitzt, er wird dir hundert Dinare geben, behalte sie für deine Mühe und sage niemandem etwas. Jauda tat, wie der Abendländer ihn befohlen hatte und band ihn, warf ihn ins Wasser und wartete eine Weile, bis seine Füße hervorkamen, dann setzte er sich auf das Maultier und ritt damit auf den Bazar zum Juden, der vor seinem Magazin saß. Dieser fragte, ist der Mann gestorben? Jauda antwortete, er ist tot. Da sagte der Jude, den hat seine Habgier getötet. Er nahm Jauda das Maultier ab, gab ihm hundert Dinare und empfahl ihm, das Geheimnis treu zu bewahren. Jauda ging mit dem Geld zum Bäcker, kaufte das nötige Brot, gab ihm ein Goldstück und sagte, nimm davon, was ich dir schuldig bin und halte mir das übrige zu gut. Der Bäcker sagte, ich habe ja nichts von dir gefordert, du hättest nichts so zu eilen brauchen. Er rechnete dann, was Jauda ihm schuldig war und sagte, du hast noch auf zwei Tage Brot bei mir gut. Jauda kaufte hierauf Fleisch beim Metzger, dem er auch ein Goldstück gab und den er auch bat, ihm das übrige zu gut zu halten und ging dann zum Gemüsehändler. Er kam gerade nach Hause, als seine Brüder von ihrer Mutter zu essen forderten und sie ihnen sagte, ich habe nichts, wartet bis Jauda nach Hause fielen darüber her wie Wölfe. Jauda gab dann das übrige Geld seiner Mutter und beauftragte sie, seinen Brüdern davon zu geben, so oft sie hungerten. Am folgenden Morgen ging er wieder an den See Karun mit dem Netz auf dem Rücken. Als er es auswerfen wollte, kam ein anderer Abendländer auf einem Maultier, noch reicher ausgestattet als der Er hatte auch einen Quersack auf dem Maulesel, in dem zwei Büchsen waren. Er grüßte Jauda und sagte ihm, »Ist nicht gestern Abend ein Abendländer zu dir hergekommen auf einem Maulesel wie dieser?« Jauda aus Furcht er möchte fragen, wo er hingekommen und dann glauben, er habe ihn ertränkt, leugnete es und sagte, »Ich habe niemanden gesehen.« Der Abendländer fuhr dann fort, »Gestern war mein Bruder da, der mir vorangeeilt ist. Hast du ihn nicht gebunden in den See geworfen? Und hat er dir nicht gesagt, wenn ich die Hand aus dem Wasser strecke, so zieh mich schnell mit dem Netz heraus, wenn du aber zuerst mein Fuß aus dem Wasser hervorgeht, so bin ich tot, nimm dann den Maulesel und führe ihn zum Juden Schamia, der wird dir hundert Dinare geben? Nun ist sein Fuß aus dem Wasser gekommen und du hast wirklich den Maulesel dem Juden gebracht und hundert Dinare von ihm empfangen. Djaudar erwiderte, da du doch alles dies so genau weißt, warum fragst du mich? Der Abendländer antwortete, ich wünsche, dass du mir dasselbe tust wie meinem Bruder. Hierauf zog er eine seidene Schnur heraus und sagte es mir wie meinem Bruder, so bringe den Maulesel dem Juden Schamia, er wird dir wieder hundert Dinare geben. Djaudar band ihn, warf ihn in den See und wartete eine Weile, bis er die Füße aus dem Wasser steigen sah. Da sagte er, auch der ist tot, so Gott will, werden alle Abendländer zu mir kommen, ich will sie alle binden und in den See werfen und für jede Leiche hundert Dinare nehmen. Djaudar nahm den Maulesel und ging auf den Bazar, als der Jude ihn sah, sagte er, auch der ist tot. Djaudar antwortete, mögest du für ihn leben? Der Jude rief, das ist der Lohn der Habgierigen, nahm den Maulesel und gab Djaudar hundert Dinare. Dieser ging damit zu seiner Mutter und als sie ihn fragte, woher er so viel Geld habe, erzählte er ihr alles. Seine Mutter sagte ihm, mein Sohn, geh nicht mehr an den See, Karun, ich fürchte, die Abendländer möchten dich ins Unglück stürzen. Er aber erwiderte, da ich sie nur auf ihr Verlangen in den See werfe, was kann mir geschehen? Das ist eine Arbeit, die mir täglich hundert Dinare einbringt. Bei Gott, ich Am folgenden Tage ging er nochmals an den See. Da kam wieder ein Abendländer auf einem Maulesel noch reicher ausgestattet als die beiden ersten, und dieser hatte auch einen Quersack mit zwei Büchsen bei sich. Er ging auf Djaudar zu und sagte ihm, Friede sei mit dir, o Djaudar, Sohn Omas. Djaudar dachte bei sich, es scheint, sie kennen mich alle, und erwiderte den Gruß. Sind Abendländer hier vorübergekommen? Zwei sind hergekommen und haben sich von mir fesseln und in den See werfen lassen und sind darin umgekommen, und so wird es auch dir gehen. Der Abendländer lächelte und sagte, O Armer, alles Lebende muss seiner Bestimmung folgen. Verfahre mit mir wie mit den beiden anderen. Gib die Schnur und lege deine Hände auf den Rücken, dass ich dich schnell binde, denn es ist schon spät, ich habe Eile. Der Abendländer legte seine Hände auf den Rücken, Djaudar band und stieß ihn in den See. Er wartete eine Weile und siehe da, der Abendländer hob die Hände aus dem Wasser und rief, rette mich mit deinem Netz. Djaudar warf sein Netz aus und zog den Abendländer, der in jeder Hand einen roten Fisch mit Korallen trug, ans Land. Als er sagt er, ich beschwöre dich bei Gott, sage mir die Wahrheit, wer bist du und wer waren die beiden Abendländer, die vor dir gekommen und ertrunken sind? Und wer ist der Jude auf dem Bazar? Und was bedeuten diese beiden Fische? Der Abendländer antwortete, Wisse, O Djaudar, die beiden Männer, die ertrunken sind, waren meine Brüder. Der eine hieß Abd Asalam, der andere Abd Allahad und mein Name ist Abd Asamd. Auch der, den du für einen Juden hältst, ist unser Bruder und heißt Abd Arahim. Er ist aber kein Jude, sondern ein Muselmann und echter Malikite wie wir. Wir waren vier Söhne eines Zauberers, welcher Abd Al-Wudud hieß. Unser Vater hatte uns die Kunst Geheimnisse zu lösen, verborgene Schätze zu entdecken und andere Künste gelehrt, unter anderem auch die Geister zu beschwören und sie uns dienstbar zu machen. Als unser Vater starb, hinterließ er uns viele Schätze und Talismane, die wir miteinander teilten, als wir aber an die Teilung der Bücher kamen, da entstand ein Streit, wegen eines Buches aus alter Zeit, das Schriften der Alten hieß und mit keinen Schätzen zu bezahlen ist, weil es die verborgensten Zauberkünste enthielt. Es war das Buch, das unser Vater gebrauchte und aus dem wir einiges auswendig gelernt hatten. Nun wollte jeder von uns dieses Buch haben, um sich darin zu belehren. Während wir so stritten, trat der Lehrer und Erzieher unseres Vaters in unsere Mitte, sein Name war der tiefste Wahrsager, und sagte, »Gebet mir das Buch, ich werde gewiss keinem von euch Unrecht tun, ihr seid ja die Kinder meines Sohnes. Derjenige von euch, der die Schätze Schamadals öffnet, der soll es haben. Diese Schätze bestehen aus einem Schwert, einem Zirkel, einer Zeichnung der Himmelskugel und einem Augenschminke-Schächtelchen. Durch das Siegel wird man Herr eines Geistes, welcher der Lärmende Donner heißt, und durch welchen man sich die ganze Erde unterwerfen kann. Mit dem Schwert, aus dem ein tötender Blitz hervorstrahlt, kann man auf einmal eine ganze Armee schlagen oder in die Flucht treiben. Mit der Himmelskugel kann man sich in der ganzen Welt umsehen, von Osten bis Westen, je nachdem man sie nach der einen oder anderen Seite dreht und alles so genau beobachten, als wäre man überall zugleich. Auch kann man, wenn man sie gegen die Sonne dreht, jede beliebige Stadt samt ihren Bewohnern damit verbrennen. Das Schächtelchen endlich enthält ein Pulver. Wenn man damit das Auge schminkt, so sieht man alle Schätze, die in der Erde verborgen sind. Wer mir also diese vier kleinen Odien zu bringen vermag, der soll das Buch haben. Wisset aber, fuhr der Erzieher fort, dass diese Schätze unter der Obhut der Söhne des roten Königs stehen, der sich in den See Karun nach Ägypten geflüchtet, als euer Vater sie fangen wollte. Er verfolgte sie zwar, konnte ihnen aber nicht beikommen, weil ein Talisman sie in diesem See schützt, weshalb er auch die Schätze nicht holen konnte und mir sein Missgeschick klagte. Ich rechnete nun aus, dass die Söhne des roten Königs nur durch Hilfe eines Mannes namens Jaudar gefangen werden können. Wen er in den See wirft und auf ein Zeichen mit der Hand wieder mit dem Netz aus dem Wasser herauszieht, der ist der Glückliche. Wir beschlossen hierauf nach Ägypten zu gehen, nur unser vierter Bruder hatte keine Lust, sein Leben solcher Gefahr auszusetzen. Er verkleidete sich als jüdischer Kaufmann, um uns zu begleiten, den Maulesel der Ertrinkenden zu nehmen und dir hundert Dinare zu geben. Nun haben die Söhne des roten Königs meine Brüder getötet. Ich aber habe sie gefangen, denn was du in diesen Büchsen siehst, sind keine Fische, sondern Geister in Gestalt von Fischen. Nun folge mir nach Fez und Mignas, wo die Schätze begraben sind, die ich nur mit deiner Hilfe öffnen kann. Ich gebe dir, was du willst und bleibe stets dein Freund. Sobald ich die Schätze habe, schicke ich dich wieder frohen Herzens zu den Deinigen. Jaudah sagte zu Abt Dinaren hörte, sagte er, gib tausend Dinare, mein Herr, für meine Mutter und ich gehe mit dir. Abt Asamd gab das Geld sogleich her und Jaudah ging damit zu seiner Mutter und erzählte ihr, was zwischen ihm und Abt Asamd vorgefallen. Seine Mutter sagte, mein Sohn, ich werde verlangen nach dir haben und ängstlich um dich sein. Jaudah erwiderte aber, wen Gott beschützt, dem stößt nichts Übles zu, auch ist Abt Asamd ein guter Mann. Gott neige sein Herz dir zu, rief seine Mutter, geh mit ihm, mein Sohn, vielleicht belohnt er dich dafür. Jaudah nahm von ihr Abschied und ging wieder zu Abt Asamd, der ihn auf einem Maulesel reiten ließ. Nachdem sie von Mittags bis zur Zeit des Nachmittags Gebets miteinander geritten waren, wurde Jaudah hungrig und sah, dass Abt Asamd nichts zu essen noch zu trinken bei sich führte. Er sagte ihm, mein Herr, es scheint, du hast Mundvorrat vergessen. Bist du hungrig? Oh ja. Da stieg Abt Asamd von seinem Maulesel ab und sagte zu Jaudah, der auch abstieg, nimm den Quersack herunter. Jaudah nahm ihn vom Esel. Da fragte Abt Asamd, was wünschest du, mein Freund? Mir ist alles recht. Ich beschwöre dich bei Gott, sage, was du essen willst. Brot und Käse Armer Mann, Brot und Käse ist eine zu geringe Kost für dich, fordere etwas Besseres. Isst du gerne Reis mit Honig und gebackene Hühner? Allerdings. Abt Asamd fragte ihn dann noch über vierundzwanzig Speisen, ob er sie gerne esse, sodass Jaudah dachte, der Mann ist toll, woher will er dies alles schaffen? Er hat ja keine Köche und keinen Koch. Er sagte, es ist genug, mein Herr, du machst mir ja nur Lust und ich sehe doch nichts. Abt Asamd antwortete hierauf, willkommen Jaudah, steckte seine Hand in den Sack und zog einen goldenen Teller mit zwei gebratenen Hühnern heraus, die ganz warm waren, dann streckte er die Hand wieder hinein und holte eine Schüssel mit Braten heraus und so noch die vierundzwanzig verschiedenen Speisen, die er ihm genannt hatte und forderte den verblüfften Jaudah zum Essen auf. Jaudah rief erstaunt, du hast in diesem Sack Köche und eine Küche verborgen. Abt Asamd sagte lachend, in diesem Sack wohnt ein Diener, der uns jede Stunde tausend Gerichte bringt, wenn wir sie wollen. Sie aßen nun, bis sie satt waren. Abt Asamd warf das übrige weg, legte die Schüsseln wieder leer in den Sack und holte einen vollen Wassertrug heraus. Sie tranken, wuschen sich und beteten. Dann luden sie den Sack mit den zwei Büchsen wieder auf den Esel und ritten weiter. Abt Asamd fragte dann Djaudar, weißt du wohl, wie weit wir seit Mittag gekommen? Das weiß ich nicht. Bei Gott, wir haben einen Weg von einem Monat zurückgelegt. Zwar geht ein Maulesel, der einem Geiste gehorcht, jeden Tag ein Jahr weit, aber dir zulieb lasse ich ihn langsamer gehen. Bei Sonnenuntergang hielten sie wieder Stille, Abt Asamd holte das Nachtessen aus dem Quersack und des Morgens wieder das Frühstück. So reisten sie immer gen Westen vier Tage lang, den ganzen Tag und die Hälfte der Nacht. Am fünften Tag kamen sie nach Vez. Alle Bewohner der Stadt, die Abt Asamd begegneten, grüßten ihn und küßten ihm die Hände. Nach einer Weile blieb er vor einem Tor stehen und klopfte. Da trat ein Mädchen mit schmachtendem Aussehen wie eine durstige Gazelle aus dem Hof. Abt Asamd rief, öffne uns das Schloss, meine Tochter Rama. Sie erwiderte, bei meinem Haupte und meinem Augen, mein Vater, öffnete die Türe und ging ihrem Vater voran. Jauda verlor fast den Verstand, als sie sich so hin und her wiegte und dachte, bei Gott, das eine Prinzessin sein. Rama nahm den Sack vom Maulesel und sagte, geh deines Weges, Gott segne dich. Da spaltete sich die Erde, der Maulesel stieg hinunter und die Erde schloss sich wieder. Jauda rief, gelobt sei Gott, der uns glücklich vom Rücken dieses Tieres herunter gebracht. Abt Asamd sagte ihm, wundere dich nicht, ich habe dir gesagt, der Maulesel ist ein Geist, komm jetzt mit uns ins Schloss. Als Jauda ins Schloss kam, war er höchst erstaunt, über die vielen prachtvollen Divane und anderen mit Perlen und Edelsteinen besetzten Kostbarkeiten. Abt Asamd ließ dann von seiner Tochter Rama einen Bündel bringen, öffnete ihn und zog ein Kleid heraus, das tausend Dinare wert war, und sagte zu Jauda, zieh es an, Jauda und sei uns hier willkommen. Jauda zog das Kleid an und glich darin einem König von den Königen des Westens. Dann holte Abt Asamd aus dem Quersack vierzig Schüsseln mit verschiedenen Speisen und sagte zu Jauda, komm her und iss, und wenn dir diese Speisen nicht schmecken, so sage uns nur, was dir beliebt. Jauda erwiderte, Bei Gott, mein Herr, ich esse alles gern, frage mich nicht, gib mir, was du willst. Jauda blieb nun zwanzig Tage in diesem Schloss, zog jeden Tag ein anderes Kleid an und aß immer aus dem Quersack. Abt Asamd brauchte nie auf den Markt zu gehen, um etwas zu kaufen, sogar allerlei frische Früchte konnte er aus dem Quersack holen. Am einundzwanzigsten Tage sagte Abt Asamd zu Jauda, komm jetzt, das ist der Tag, an dem die Schätze von Chamadal geöffnet werden können. Sie gingen zusammen zur Stadt hinaus, da standen zwei Diener mit zwei Mauleseln, die ihrer harten. Abt Asamd bestieg den einen und hieß Jauda den anderen besteigen. Sie ritten bis Mittag, dann kamen sie an einen Fluss und Abt Asamd sagte zu Jauda, steige ab. Auch er stieg ab und winkte den Dienern, sie kamen und führten die Maulesel weg. Nach einer Weile brachte der eine ein Zelt und der andere die Wane, sie schlugen alsbald das Zelt auf und ordneten die Teppiche und Kissen. Dann holte der eine die beiden Büchsen mit den Fischen und der andere den Quersack. Abt Asamd nahm einige Speisen heraus und als er mit Djaudar gegessen hatte, murmelte er Beschwörungen über die Fische, worauf sie aus den Büchsen heraus riefen, »Jawohl, O Zauberer der Welt, habe Mitleid mit uns! Was willst du von uns?« Abt Asamd fuhr fort, Zaubersprüche herzusagen, bis die Büchsen in Stücke fuhren und zwei gefesselte Geister hervorkamen. Sie schrien, »Gnade, Zauberer der Welt, was willst du mit uns beginnen?« »Ich werde euch oder ihr sollt mir helfen, die Schätze Schamadals öffnen.« »Das kann nur durch den Fischer Djaudar, den Sohn Omas, geschehen.« »Gut, der ist schon bei mir und hört euer Versprechen.« Als sie ihm dann versprachen, ihm zu helfen, ließ er sie frei. Abt Asamd nahm dann ein Rohr, legte einige Täfelchen rotes Carneol darauf, holte einen Weihrauchkessel, legte Kohlen darauf und zündete durch ein einziges Blasen Feuer an. Hierauf legte er den Weihrauch zurecht und sagte zu Djaudar, »Ich werde jetzt meine Beschwörungen beginnen und darf dann nicht mehr sprechen, sonst werden sie ganz nutzlos. Darum will dich, ehe ich den Weihrauch auf die Pfanne tue, dir sagen, was du tun musst, um zum Ziel zu gelangen. Wisse, dass durch meine Beschwörungen dieser Fluss austrocknen wird. Du wirst ein goldenes Tor sehen, so groß wie ein Stadttor mit zwei Ringen von Edelsteinen. Klopfe leise am Tor und warte ein wenig. Klopfe dann etwas stärker und warte wieder. Dann klopfe zum dritten Mal. Eine Stimme wird fragen, wer klopft an dem Tor des Schatzes, ohne zu verstehen, wie man Geheimnisse löst. Antworte darauf, ich bin Djaudar, der Sohn Omars. Es wird dann ein Mann mit einem Schwert in der Hand zu dir herauskommen und dir sagen, wenn du Djaudar bist, so gib deinen Hals her, dass ich dir den Kopf abschneide. Strecke ihm nur den Hals hin, fürchte nichts, denn sobald er dich schlagen will, fällt er leblos hin und du empfindest nicht den mindesten Schmerz. Widersetzest du dich aber, so tötet er dich. Du gehst dann weiter bis zu einem anderen Tor. Klopf daran und es wird ein Reiter herauskommen mit einer Lanze und dich fragen, wer hat dich hierher gebracht an einem Lanze über dich schwingen. Öffne ihm nur die Brust, denn sobald er dich schlägt, fällt er tot vor dir hin. Tust du es nicht, so bringt er dich um. Du kommst dann, fuhr Abt Ersamth fort, an eine dritte Tür. Klopfe wieder, es wird ein Mann herauskommen mit einem Bogen in der Hand und wird einen Pfeil gegen dich schießen. Öffne nur deine Brust, er sinkt leblos zu deinen Füßen. Dann trete vor das vierte Tor und klopfe, es wird ein reißendes Tier auf dich zukommen, von ungeheurer Gestalt, um dich zu fressen. Fürchte dich nicht, wenn es den Rachen aufsperrt, und entfliehe nicht, sondern strecke ihm deine Hand hin, denn sobald es dich beißen will, fällt es zu Boden und wird ein schwarzer Sklave herauskommen und dich fragen, wer bist du? Antworte, ich bin der Fischer Djaudar, der Sohn Omars. Er wird dir sagen, so komme zur sechsten Türe. Du gehst hin und rufest, O Jesus, bitte Moses, dass er mir die Tür öffne. Die Türe wird sich öffnen und du wirst zwei Schlangen sehen, eine zur rechten und eine zur linken, wertem Rachen auf dich los rennen. Strecke ihnen nur deine Hände hin, jede wird eine Hand beißen wollen, und nur wenn du dich fürchtest, werden sie dich töten. Dann klopfe an der siebenden Tür. Da wird deine Mutter dir entgegenkommen und dir sagen, willkommen, mein Sohn, tritt näher, dass ich dich grüße. Sage ihr aber, bleibe fern von mir und entkleide dich. Deine Mutter wird sagen, mein Sohn, ich habe dich ja gesäugt und erzogen, wie soll ich mich vor dir entkleiden? Antworte ihr, wenn du dich nicht entkleidest, so bringe ich dich um. Nimm bei diesen Worten das Schwert, das zu deiner Rechten an einer Schnur hängen wird, und schwinge es drohend über sie, und lass dich ja nicht durch Bitten und Strähnen erweichen, bis sie sich entkleidet, dann wird sie sogleich vor deinem Augen niederstürzen. Wird auf diese Weise aller Zauber gelöst, so hast du nichts mehr zu befürchten. Du wirst dann eine Schatzkammer mit Goldhaufen sehen. Kehre dich nicht daran, sondern hebe am oberen Ende der Schatzkammer einen Vorhang auf. Da siehst du den Zauberer Schamadal auf einem goldenen Thron sitzen und auf seinem Haupt glänzt etwas wie der Mond. Das ist die Himmelskugel. Auch ist er mit einem Schwert umgürtet, hat ein Schächtelchen am Hals hängen und einen goldenen Siegelring am Finger. Nimm diese vier Dinge und bringe sie mir. Hüte dich aber etwas zu vergessen von dem, was ich dir gesagt und sei furchtlos, sonst wirst du es bereuen. Er wiederholte ihm dann alles mehrere Male. Djaudar sagte, ich habe mir alles wohl gemerkt, aber wer kann diesen Talisman entgegentreten und so schreckliche Dinge ertragen? Abd Al-Samt versetzte aber, fürchte dich nicht, es sind leblose Körper. Und er sprach ihm so lange zu, bis er ausrief, nun, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Abd Al-Samt warf dann den Weihrauch auf die Pfanne und rezitierte einige Zauberformeln. Der Fluss trocknete aus und Djaudar klopfte an die verschiedenen Türen und überstieg alle Hindernisse, bis ihm seine Mutter begegnete und ihn beschwor, sie nicht zu zwingen, sich zu entkleiden. Als er ihr mit dem Schwert drohte, zog sie sich zur Hälfte aus und sagte, oh, mein Sohn, es ist eine Sünde, mich ganz vor dir zu entblößen, sei nicht so hart, fordere dies nicht von deiner Mutter, lass dich erweichen. Djaudar sagte, das ist wahr, du hast recht, du brauchst dich nicht weiter zu entkleiden. Kaum hatte er das gesagt, schrie sie, er hat gefehlt, prügelt ihn. Da kamen schwarze Sklaven herbei, prügelten ihn, dass er in seinem Leben daran zu denken hatte, warfen ihn zur Tür hinaus und schlossen sie wieder. Abd Asamd nahm ihn zu sich und das Wasser kehrte wie zuvor in den Fluss zurück. Abd Asamd brachte Djaudar durch Beschwörungen wieder zum Bewusstsein zurück, dann fragte er ihn, was er gemacht. Djaudar sagte, ich hatte alle mit der ich lange stritt und die ich nötigte, sich bis auf ihre Beinkleider zu entkleiden, dann bat sie mich aber so sehr, sie nicht zu beschämen, dass ich nachgab und sie nicht ganz nackt sehen wollte. Darauf schrie sie, er hat gefehlt, da kamen Leute, ich weiß nicht woher, und schlugen mich und stießen mich zur Tür hinaus. Was nachher geschah, weiß ich nicht. Abd Asamd sagte, habe ich dir angegeben? Hättest du sie gezwungen, sich völlig zu entkleiden, so wären wir jetzt am Ziele. Du hast mir und dir selbst geschadet. Nun musst du bis aufs nächste Jahr um diesen Tag bei mir bleiben. Er ließ hierauf die Sklaven das Zelt zerstören und die zwei Maulesel bringen und kehrte mit Djaudar nach der Stadt Vez zurück, wo sie ein ganzes Jahr verweilten, in welchem Djaudar gut aß und gut trank und jeden Tag ein neues Kleid anzog. Nach einem Jahr ritten sie wieder zusammen an den Fluss. Die Sklaven schlugen ein Zelt auf und Abd Asamt machte Rauchwerk, schärfte Djaudar wieder alles ein wie das vorige Jahr und sagte ihm, die Frau, die sich entkleiden soll, ist nicht deine wirkliche Mutter. Es kommst du nicht lebendig davon. Djaudar sagte, ich werde deine Ermahnung so wenig vergessen als die erhaltenen Prügel, wenn ich diesmal fehle, so mag man mich verbrennen. Er ging hierauf über den wieder ausgetrockneten Fluss, klopfte an die verschiedenen Türen und besiegte alle Hindernisse, bis seine Mutter wiederkam und ihn bewillkommte. Er sagte aber, entkleide dich, Verruchte, wieso bin ich dein Sohn? Sie entkleidete sich zur Hälfte und bat wieder um Schonung, aber sich seiner Tracht Prügel erinnernd, unterdrückte er jedes Mitleid und drohte ihr so lange, bis sie sich ganz zu entkleiden anfing, worauf sie leblos hinfiel. Djaudar trat dann in die Schatzkammer und kehrte sich nicht an den Haufen Gold, der da lag, sondern ging in das Nebengemach zum Zauberer Shamadal, nahm ihm die Himmelskugel, das Schwert, das Schächtelchen und den Ring und ging damit heraus zu Abdazand. Auf den ganzen Weg vernahm er Musik und Diener des Schatzes riefen ihm zu, möge das, was du erlangt hast, dir Glück bringen. Abdazand ließ von seinen Beräucherungen und Beschwörungen ab, umarmte Djaudar und befahl den Dienern, das Zelt zu zerstören und die Maulesel zu bringen und ritt mit Djaudar wieder nach Vez. In Vez angelangt, sagte Abdazand, nachdem sie zusammen sich an Speisen, die aus dem Quersack geholt wurden, gesättigt hatten, zu Djaudar, Du hast meinetwillen deine Heimat verlassen und mich an das Ziel meiner Wünsche gebracht. Nun fordere von mir, was du willst. Djaudar sagte, Ich möchte gern den Quersack haben. Abdazand gab ihm den Quersack mit den Worten, Dieser Sack wird allerdings dir deine Nahrung gewähren, so oft du einen heiligen Namen nennst, mit der Hand hingreifst und sagst, Diener des Quersackes, bringe mir diese oder jene Speise. Doch ich habe dir versprochen, dich vollkommen glücklich in deiner Heimat zu machen, darum sollst du noch einen anderen Sack mit Gold und Edelsteinen gefüllt haben. Werde Kaufmann und handle damit. Er ließ hierauf einen Sklaven mit einem Maulesel kommen, der einen Quersack voll Gold und Edelsteine trug und sagte zu Djaudar, besteige diesen Maulesel, der Sklave, der den Weg kennt, wird vor dir hergehen, bis an die Tür deines Hauses. Dann nimmst du die zwei Säcke und er wird mir den Maulesel zurückbringen. Teile aber ja niemandem dein Geheimnis mit. Ich vertraue dir meine Ehre an. Djaudar dankte ihm und ritt hinter dem Sklavenherr. Ende von Teil 1 von 2 Ende von Abschnitt 53 Abschnitt 54 von 1001 Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Djaudars Teil 2 von 2 Nachdem Djaudar einen Tag und eine Nacht lang hinter dem Sklaven geritten war, befand er sich an dem Siegestor von Kahira. Da saß seine Mutter und bettelte. Sobald er sie erblickte, sprang er vom Maulesel herunter und umarmte sie. Dann setzte er sie auf den Maulesel und ging neben ihr her bis zu ihrer Wohnung. Hier hob er sie herunter und entließ den Diener. und den Maulesel, welche Geister waren, und zu ihrem Herrn zurückkehrten. Djaudar fragte dann seine Mutter, »Wie kommt es, dass du betteln musst? Wo sind denn die zwölfhundert Dinare hingekommen, die ich dir vor meiner Abreise gegeben?« »Deine Brüder haben sie mir weggenommen und gesagt, sie wollten damit etwas verdienen. Sie haben aber das Geld verschwendet und mich aus dem Hause gejagt, sodass ich vor Hunger betteln musste.« »Betrübe dich nun nicht mehr. Ich habe viel Glück gehabt, hier ist ein Sack voll mit Gold.« »Du hast Glück, Gott sei dir ferner gnädig, doch geh schnell und hole Brot, denn ich habe gestern nicht zu Nacht gegessen und bin sehr hungrig.« »Sogleich, meine Mutter, sollst du haben, was du verlangst. Sag mir nur, was du gern essen willst. Ich brauche nichts kaufen und bedarf auch keines Kochs.« »Mein Sohn, ich sehe doch nicht, dass du etwas bei dir hast.« »Aus diesem Quersack kann ich allerlei Speisen holen.« Mir ist alles recht, man begnügt sich mit allem, wenn man nichts anderes haben kann. »Wenn sich aber allerlei vorfindet, so wählt man, was man gerne isst, darum sage mir, was du gerne wünschest.« »Frisches Brot und ein Stückchen Käse.« »Das ist zu gering für dich.« »Nun, Brot und Bohnen.« »Auch das ist nicht vornehm genug.« »Nun, da du doch meinen Rang kennst, so sage du, was mir ziemt.« »Dir ziemen gebratene Hühner Reis mit Pfeffer, Honig, fasierte Rippen und süße Mehlspeise.« »Spottest du meiner? Träumst du, oder bist du verrückt? Woher sollen all diese kostbaren Gerichte kommen? Wer kann die zubereiten?« »Bei meinem Leben. Du sollst zugleich alle Speisen haben, die ich dir genannt.« Djaudar nahm hierauf den leeren Sack, streckte die Hand hinein und holte alle Speisen hervor, die er genannt hatte. Seine Mutter wunderte sich und sagte, »Der Sack war doch ganz leer.« Djaudar sagte ihr, er habe diesen Sack von Abd al-Samd und ein Geist sei ihm dienstbar, der alle Speisen herbeischaffen müsse. Sie stellte dann selbst einen Versuch an und forderte eine fasierte Rippe, die sie sogleich im Sack fand. Als sie gegessen hatte, sagte ihr Djaudar, »Tue das Übrige in andere Schüsseln, lege die leere Schüsseln wieder in den Sack, bewahre ihn auf und entdecke niemandem das Geheimnis.« Während sie so beisammensaßen, traten Salem und Selim herein, welche die Ankunft ihres Bruders mit einem Sklaven auf einem Maulesel in einem Aufzuge, der seinesgleichen nicht findet, vernommen hatten. Sie bereuten es jetzt, ihre Mutter so misshandelt zu haben und fürchteten, sie möchte es Djaudar erzählen. Doch wagten sie es, zu ihm zu gehen, weil sie wussten, dass, wenn sie sich entschuldigten, er so großmütig sein werde, ihnen zu verzeihen. Djaudar hieß sie sitzen, bewillkommte sie und ließ sie essen, bis sie satt waren. Als sie genug gegessen hatten, wollten sie das Übrige für das Nachtessen aufbewahren, aber Djaudar sagte ihnen, »Teilet es den Armen aus, ich will für heute Abend noch mehr als dieses herbeischaffen.« Sie nahmen nun die übrig gebliebenen Speisen mit und gaben davon jedem Armen, der ihnen begegnete, bis sie nichts mehr hatten. Dann brachten sie die leeren Schüsseln ihrer Mutter, die sie auf Djaudars Befehl, wieder in den Sack steckte. Des Abends holte Djaudar wieder vierzig Speisen heraus und hieß seine Mutter den Tisch decken. Ebenso am folgenden Morgen zum Frühstück und so zehn Tage lang. Am elften Tage sagte Salem zu Selim, »Wie ist unser Bruder auf einmal so reich geworden, dass er dreimal täglich wie ein Sultan speist und das Übrige austeilt?« Selim sagte, »Frage er noch, woher diese Speisen kommen, da er doch nie etwas einkauft, auch nie ein Feuer bei ihm brennt.« Salem versetzte, »Es ist wahrlich zum Erstaunen, wir müssen nun irgendeine List gebrauchen, um durch unsere Mutter zu erfahren, wie es damit zugeht.« Sie begaben sich hierauf in ihres Bruders Abwesenheit zu ihrer Mutter und sagten, sie wären hungrig. Die Mutter ging in das Nebenzimmer und holte die warme Schüssel heraus. Da sagten sie, »O Mutter, diese Schüssel ist warm und du hast doch gar kein Feuer im Hause.« Sie antwortete, »Ich habe sie aus dem Quersack geholt.« »Aus welchem Sack?« »Aus dem, welchem ein Geistdienst war ist und den ein Zauberer aus dem Abendlande eurem Bruder geschenkt hat. Saget aber niemandem etwas davon.« »Wir wollen es geheim halten, aber zeige uns doch einmal, wie das zugeht.« Als sie ihnen den Sack gezeigt hatte, sagte Salem zu Selim, »Wie lange sollen wir noch bei Djaudar uns wie Diener behandeln lassen und von Almosen leben? Wir wollen List gegen ihn gebrauchen und den Sack in unserer Gewalt bringen.« Selim fragte, »Wie willst du dies anfangen?« »Wir verkaufen ihn als Matrosen.« »Wie können wir dies?« »Du sollst es diesen Abend schon sehen. Wir gehen zusammen zum Kapitän des Roten Meers und laden ihn zu uns ein. Er wird uns glauben, was wir ihm über Djaudar sagen.« Als sie so beschlossen hatten, ihren Bruder zu verkaufen, gingen sie zum Kapitän und Salem sagte ihm, »Herr, wir beide sind Brüder und haben noch einen dritten Bruder, der ein sehr verworfener Mensch ist, an dem gar nichts Gutes. Als unser Vater starb und uns Vermögen hinterließ, teilten wir es untereinander, aber unser Bruder hatte bald seinen Anteil in sündhafter Weise verschwendet. Er klagte uns dann an, wir hätten ihm zu wenig gegeben, und führte so lang Prozesse gegen uns, bis wir auch arm wurden. »Es wäre uns daher sehr lieb, wenn du ihn uns abkaufen wolltest.« Da sagte der Präfekt, »Wenn ihr durch irgendeine List mir ihn hierher schaffen könnt, so schicke ich ihn gleich auf die See.« »Wir können ihn nicht hierher bringen,« erwiderte Salem, »doch sei du unser Gast und bringe nur zwei Männer mit dir. Wenn unser Bruder dann schläft, so fallen wir alle über ihn her und knebeln ihn und führen ihn unter dem Schutz der Nacht aus der Stadt.« Der Präfekt sagte, »Gut, wollt ihr ihn für vierzig Dinare verkaufen?« »Recht gern,« antwortete Salem, und er bezeichnete ihm einen Platz, wo er nach dem Nachtgebet sich einfinden sollte. Die beiden Brüder gingen hierauf wieder zu Jaudar, und Salem küßte ihm die Hand. Jaudar fragte, »Was hast du, mein Bruder?« Salem antwortete, »Wisse, wir haben einen Freund, der uns oft schon eingeladen und uns tausend andere Gefälligkeiten erwiesen hat. Als ich ihn heute sah und grüßte, lud er mich wieder ein. Ich sagte ihm aber, »Ich könne meinen Bruder nicht allein lassen.« Da sagte er, »Bringe ihn mit dir.« Ich erwiderte, »Das wird er nicht wollen. Sei du lieber mit deinen Freunden, es saßen deren einige bei ihm, unser Gast. Ich sagte dies, weil ich nicht glaubte, dass er meine Einladung annehmen würde. Nun nahm er sie aber an und bat mich, ihn am Tor der kleinen Moschee zu erwarten. Ich komme daher ganz beschämt zu dir und frage, ob du unser Herz stärken und sie als deine Gäste aufnehmen wirst, oder wenn du sie nicht in dein Haus nehmen willst, sie doch bei einem unserer Nachbarn bewirten lässt.« Jaudar sagte, »Warum sollte ich sie zu Nachbarn schicken? Ist etwa unser Haus zu eng oder haben wir nicht für sie zu essen?« Schäme dich, mich nur über so etwas zu fragen. Haben wir nicht die besten Speisen und Süßigkeiten und so viel, das immer noch übrig bleibt? Du kannst Leute bringen, so viel du willst. Und wenn ich nicht zu Hause bin, so wird meine Mutter dir Speisen in Masse bringen. Geh also und hole deine Gäste. Gottes Segen mag über uns kommen.« Salem küßte ihm die Hand und ging an das Tor der kleinen Moschee, wo nach dem Nachtgebet der Kapitän mit seinen Leuten sich einfand, und führte sie in Jaudars Haus. Jaudar stand auf, bewillkommte sie, hieß sie sitzen und ahnte nicht, was sie im Herzen gegen ihn verbargen. Er bat dann seine Mutter, das Nachtessen zu bringen, und sie holte vierzig Speisen, die ihr Jaudar nacheinander angab. Der Kapitän und seine Leute aßen nun, bis sie satt waren und glaubten, dass alles käme von Salem. Als der dritte Teil der Nacht vorüber war und sie auch süße Speisen gegessen hatten, legten sie sich schlafen. Sobald aber Jaudar einschlief, fielen sie über ihn her, und ehe er erwachte, stopften sie ihm den Mund zu und führten ihn zur Stadt hinaus nach Suez, wo er ein ganzes Jahr lang mit Fesseln an den Füßen wie ein Sklave die gemeinsten Arbeiten verrichten musste. Das ist, was Jaudar betrifft. Seine Brüder aber gingen am folgenden Morgen zu ihrer Mutter und fragten sie, ob Jaudar noch nicht wache. Wecket ihn auf. Wo schläft er denn? Bei den Gästen. Nun, so ist er wahrscheinlich mit den Gästen fortgegangen, um neue Schätze zu entdecken. Denn er findet Geschmack an der Fremde, und ich habe gehört, wie die Gäste, welche Abendländer waren, ihm zuredeten, mit ihnen zu gehen. Ist er denn mit Abendländern zusammengekommen? Waren denn nicht solche unsere Gäste? Nun, so wird er mit ihnen gegangen sein, Gott lenke ihn, er wird gewiss mit vielem Segen zurückkehren. Doch fiel es ihr so schwer, von ihm getrennt zu leben, dass sie weinte. Du Verruchte, so sehr liebst du Jaudar. Wenn wir aber noch so lange abwesend bleiben, betrübst du dich nicht, und wenn wir bei dir sind, freust du dich nicht. Sind wir nicht ebenso gut, deine Kinder, als Jaudar? Ihr seid auch meine Kinder, doch ihr habt mir nie Gutes erwiesen, von dem Tag an, wo euer Vater gestorben. Jaudar aber hat mich stets verehrt und gestärkt. Er verdient, dass ich um ihn weine, denn sowohl ich als ihr haben ihm viel zu verdanken. Die beiden Brüder schmähten und schlugen ihre Mutter und gingen hierauf in das Kabinett, um den Quersack zu suchen. Da stolperten sie über den anderen Quersack, der mit Gold und Edelsteinen gefüllt war, und sagten, »O Verruchte, hier ist das Geld unseres Vaters.« »Nein, bei Gott, es gehört eurem Bruder Jaudar, der es aus dem Westen gebracht.« »Nein, es ist das Vermögen unseres Vaters, das wir jetzt nehmen und unter uns teilen.« Als die Teilung des Geldes vorüber war und sie miteinander über den Besitz des anderen Quersacks stritten, sagte ihre Mutter, »O meine Söhne, ihr habt den Sack mit Gold und Edelsteinen unter euch geteilt. Diesen Sack könnt ihr nicht teilen, sonst ist er nichts mehr wert. »Lasst mir ihn also. Ich will euch zu jeder Zeit die Speisen herausholen, die ihr verlangt, und wollt ihr mich von eurem Geld kleiden, so bin ich zufrieden, und wir können ruhig beisammen leben. Wie leicht kann euer Bruder zurückkommen und euch zu Schanden machen.« Sie zankten aber die ganze Nacht fort, bis ein Kavas des Königs, der in einem der benachbarten Häuser zu Gast war, an einem Fenster, das in die Wohnung Jaudars ging, alles hörte. Der Kavas berichtete am folgenden Morgen dem König Shems-Adaulat alles, was er gehört hatte. Der König schickte sogleich nach Jaudars Brüdern und ließ sie foltern, bis sie alles eingestanden. Dann ließ er ihnen beide Quersäcke wegnehmen und sie einsperren. Ihre Mutter aber ließ er jeden Tag aus seinem Schloss bringen, was sie bedurfte. Jaudar machte, nachdem er ein ganzes Jahr in Suez zugebracht hatte, eine Seereise. Da erhob sich ein mächtiger Sturmbind, der das Schiff in die Klippen stieß, die es zerschmetterten. Alle, die auf dem Schiff waren, ertranken. Nur Jaudar rettete sich ans Land. Da kam er zu einem arabischen Stamm und erzählte dem Obersten desselben, was ihm widerfahren. Bei diesen Arabern befand sich aber ein Kaufmann aus Jidda, der ihn bemitleidete. Er sagte zu Jaudar, bleibe bei mir als Gehilfe und reise mit mir nach Jidda. Jaudar willigte ein und wurde von dem Kaufmann sehr würdig behandelt. Von Jidda pilgerte der Kaufmann mit ihm nach Mekka. Auf einmal, als Jaudar den Kreis um den Tempel machte, begegnete er seinem alten Freund Abt-Azand. Sobald dieser Jaudar sah, grüßte er ihn und fragte ihn, wie es ihm gehe. Und als er von seinem Unglück hörte, nahm er ihn mit in seine Wohnung, schenkte ihm ein unbeschreiblich schönes Kleid und sagte, nachdem er seine Geomantie zu Rate gezogen, »Die Zeit deines Unglücks ist zu Ende. Deine Brüder sind längst in Ägypten eingesperrt, dir wird es aber gut gehen. Bleibe nur bei mir, bis du die Pflichten der Pilgerfahrt vollbracht hast.« Jaudar erwiderte dem Abt-Azand, »Ich will nur zu meinem Herrn gehen, bei dem ich diene, dann kehre ich wieder.« Abt-Azand fragte, »Bist du etwas schuldig? Nein,« antwortete Jaudar. »Nun,« sagte Abt-Azand, »so geh und verabschiede dich bei ihm, denn da du sein Brot gegessen, so hat er ein Recht, dies von dir zu verlangen.« Er ging zum Kaufmann und sagte ihm, er habe einen Freund getroffen, bei dem er bleiben wolle. Der Kaufmann sagte, »Wenn dein Freund mein Gast sein will, so bringe ihn mir her.« Jaudar erwiderte, »Er ist ein wohlhabender Mann, hat viele Diener und bedarf keiner Einladung.« Da gab ihm der Kaufmann für die Dienste, die er ihm geleistet, zwanzig Dinare. Jaudar nahm Abschied von ihm, ging mit dem Geld fort und schenkte es unterwegs einem Armen. Dann kehrte er wieder zu Abt-Azand zurück und blieb bei ihm, bis alle Feierlichkeiten der Pilgerfahrt vorüber waren. Nun gab ihm Abt-Azand den Ring, den er unter den Schätzen Schamadals gefunden, und sagte ihm, »Dieser Ring führt dich an dein Ziel. Ihm gehorcht ein Diener, welcher der Zerschmetternde Donner heißt. Er erscheint, sobald du den Ring reibst, und du kannst ihm befehlen, was du willst.« Abt-Azand rieb hierauf den Ring in Jaudars Gegenwart. Da erschien sogleich ein Diener, welcher sagte, »Was wünschest du, mein Herr? Wenn du willst, so verwüste ich Städte, oder mache sie blühend. Ich bringe Könige um und schlage ganze Armeen.« Abt-Azand antwortete, »Höre, Donner, dieser Mann ist nun dein Herr. Gehorche ihm.« Er sagte dann zu Jaudar, »Bewahre diesen Ring wohl, denn du kannst durch ihn alle deine Feinde überlisten, unterschätze dessen Wert nicht.« Jaudar sagte, »Mit deiner Erlaubnis möchte ich in meine Heimat zurückreisen.« Abt-Azand erwiderte, »Reibe nur den Ring, sobald du ihn reibst, wird der Diener erscheinen, der dich, wenn du es forderst, heute noch nach Ägypten bringt.« Jaudar nahm hierauf Abschied von Abt-Azand, rieb den Ring, und als ihm der Diener erschien, sagte er, »Bringe mich heute nach Kahira.« Der Diener sagte, »Es sei dir gewährt,« nahm ihn auf den Rücken, flog mit ihm von Mittags bis Mitternacht, ließ ihn im Hof seines Hauses herunter und verschwand wieder. Als Jaudar zu seiner Mutter kam, erzählte sie ihm weinend, wie seine zwei Brüder sie behandelt haben und wie sie die beiden Quersäcke verloren. Jaudar, den das Schicksal seiner Brüder betrübte, sagte seiner Mutter, »Betrübe dich nicht über die Vergangenheit. Ich will dir gleich zeigen, was ich vermag und wie ich meine Brüder hierherbringe.« Er rieb den Siegelring, der Diener erschien und sagte, »Was verlangt, mein Herr?« Jaudar antwortete, »Ich befehle dir, meine Brüder aus dem königlichen Gefängnis hierherzuholen.« Der Diener versank in der Erde und stieg mitten im Gefängnis wieder herauf, in einem Augenblick, wo gerade Salem und Selim vor harter Bedrängnis sich den Tod wünschten. Sie fielen in Ohnmacht, als der Diener mit ihnen in die Erde hinunterstieg, und als sie wieder zu sich kamen, befanden sie sich in ihrem Haus, wo Jaudar bei seiner Mutter saß. Sobald Jaudar sie erblickte, grüßte und bemitleidete er sie, sie aber weinten und schlugen das Gesicht nieder. Jaudar sagte ihnen, »Weinet nicht. Satan hat euch durch Habgier dahin gebracht, dass ihr mich verkauft habt. Doch haben Jakobs Söhne ihrem Bruder Josef noch weit mehr Unrecht getan, als ihr mir, denn sie haben ihn in eine Grube geworfen. Ich verzeihe euch. Bekehret euch nur und betet zu Gott, dass er euch verzeihe. Er ist der Vergebende, der Barmherzige.« Er hieß seine Brüder nochmals willkommen und redete ihnen so sehr ans Herz, bis es ihnen leichter wurde. Dann erzählte er ihnen, was er in Suez und auf der Reise gelitten, bis er Abd-Asamt traf, der ihm den Ring geschenkt. Da riefen sie, »Verteile uns diesmal noch, o Bruder. Begehen wir aber noch einmal ein Unrecht gegen dich, so tu uns, was du willst.« Jaudar sagte, »Fürchtet nichts, doch erzählt mir, wie der König gegen euch verfahren.« Sie sagten, »Er hat uns eingeschüchtert prügeln lassen und hat uns die beiden Quersäcke genommen.« Jaudar sagte, »Er wird schon aufmerken.« Er rieb hierauf den Ring, der Diener erschien, und Salem und Selim fürchteten sich so sehr, weil sie glaubten, Jaudar werde ihm Befehl erteilen, sie umzubringen. Sie umfassten ihre Mutter und sagten, »Wir begehen uns unter deinen Schutz. Bitte für uns.« Jaudar aber sagte, »Fürchtet euch nicht, meine Brüder.« Dann wendete er sich zum Diener und befahl ihm, alles, was in den Schatzkammern des Königs sei, zu bringen, besonders die beiden Quersäcke, die er von seinen Brüdern genommen. Der Diener flog sogleich ins Schloss, packte alles zusammen, was in den Schatzkammern des Königs war, und legte es vor Jaudar nieder. Dieser gab seiner Mutter den Quersack mit Edelsteinen aufzubewahren und legte den, welchem ein Geist untergeordnet war, vor sich nieder. Dann sagte er dem Diener, »Bau mir diese Nacht ein hohes Schloss, streiche es mit Goldfarbe an und lege kostbare Divane hinein. Du musst aber, ehe der Tag anbricht, damit zu Ende sein.« Er holte dann Speisen aus dem Sack, belustigte sich mit seinen Brüdern und schlief ein. Der Diener versammelte seine Genossen und befahl ihnen, ein Schloss zu bauen. Der eine musste Steine hauen, der andere bauen, der dritte anstreichen, der vierte malen, der fünfte Divane herrichten, und ehe der Tag anbrach, war das Schloss vollendet. Der Diener kam, um es Jaudar zu melden und ihn zu bitten, es anzusehen. Jaudar ging mit seiner Mutter und seinen Brüdern und sah ein Schloss, desgleichen nirgends zu finden ist, und dessen Malereien sie in Erstaunen versetzten. Es befand sich auf offener Straße, und er hatte nichts dafür ausgegeben. Er bat, seine Mutter hineinzuziehen und es zu bewohnen. Er rieb dann den Ring wieder, und als der Diener erschien, sagte er ihm, »Bringe mir vierzig weiße Sklavinnen und vierzig schwarze, vierzig Mamelukken und vierzig schwarze Sklaven.« Der Diener schickte seine Genossen nach Indien, Sint und Persien, und sie brachten die hübschesten Sklaven und Sklavinnen und stellten sie Jaudar vor. Jaudar befahl dann dem Diener, jedem ein kostbares Kleid zu bringen, und als dies geschehen war, ließ er auch Kleider für sich, seine Mutter und Brüder bringen. Er stellte die Sklavinnen, als sie angekleidet waren, seiner Mutter vor und sagte ihnen, »Das ist eure Herren, küsset ihr die Hand und befolget alle ihre Befehle.« Die Mamelukken aber küßten Jaudar die Hand, er glich einem Sultan, und seine Brüder umgaben ihn wie Vesire, und ein jeder von ihnen bewohnte mit seinen Sklaven und Sklavinnen einen Flügel des sehr geräumigen Schlosses. Das ist's, was Jaudar mit den Seinigen angeht. Der Schatzmeister des Königs aber, der am folgenden Morgen etwas aus der Schatzkammer holen wollte, fand sie ganz leer und schrie jämmerlich und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, begab er sich zum König Shems Adahulat und fragte ihm, »O Fürste der Gläubigen, deine Schatzkammer ist diese Nacht ausgeplündert worden.« Der König sagte, »Was hast du mit den Schätzen getan, die ich gesammelt?« »Bei Gott, ich weiß nicht, die Schatzkammer war gestern noch voll, und als ich heute hineinkam, war sie leer, und doch waren alle Türen verschlossen. Es war nirgends, ein Einbruch zu sehen, kein Schloss war zerbrochen. Ich weiß nicht, wie sie geleert wurden.« »Sind auch die beiden Quersäcke weggekommen?« »Auch diese sind nicht mehr da.« Der König verlor ganz den Verstand und sagte außer sich zum Schatzmeister, »Geh vor mir her in die Schatzkammer.« Als der König selbst in die Schatzkammer trat und sie ganz leer fand, geriet er in heftigen Zorn und sagte, »Wer wagt es, meinen Schatz zu berühren und meiner Macht zu trotzen?« Er versammelte nun seine Räte und die Anführer der Armeen und sagte ihnen, »Wisset, dass verflossene Nacht alle meine Schätze ausgeplündert worden sind. Wer wagte es wohl, ein solches Verbrechen zu begehen?« Da trat der Kavas, welcher den früheren Streit zwischen Salem und Selim mit angehört hatte, hervor und sagte, »O König, wisse, ich habe diese Nacht so wunderbare Dinge gesehen, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte.« »Was hast du gesehen?« fragte der König. »Ich habe die ganze Nacht bauen hören,« erwiderte der Kavas, »und als der Morgen anbrach, sah ich ein vollendetes Schloss. Ich fragte, wem es gehöre, und vernahm, es gehöre Jaudar, dem Sohn Omars, der mit vielen Schätzen, Mamelukken und Sklaven von seiner Reise zurückgekehrt ist. Er hat auch seine Brüder aus dem Gefängnis befreit und lebt in seinem Schloss wie ein Sultan.« Der König sagte, »Seht einmal im Gefängnis nach, ob Salem und Selim wirklich entkommen sind.« Man öffnete die Türe des Gefängnisses und fand weder Selim noch Salem. Da sagte der König, »Gewiß hat derjenige, welcher Selim und Salem befreit, auch meine Schätze gestohlen, und beides kann kein anderer getan haben als ihr Bruder Jaudar.« Der König sagte dann zum Visier, »Schicke einen Emir mit fünfzig Mann, um Jaudar und seine Brüder gefangen zu nehmen. Lass auch alle ihre Güter versiegeln und hierher bringen, und recht schnell.« Der Visier sagte, »O König, mäßige deinen Zorn, Gott ist auch gnädig und straft nicht gleich die Menschen, die ihm widerspenstig sind. Bedenke, dass wenn Jaudar sich, wie du hörst, in einer Nacht ein so großes Schloss hat bauen lassen, er so mächtig ist, dass niemand sich mit ihm messen kann. Ich fürchte daher sehr für den Emir, es möchte ihm übel ergehen. Lass uns lieber erst den Stand der Dinge untersuchen und auf andere Mittel sinnen, zuletzt kann ja immer noch dein Wille geschehen.« Der König sagte, »So rate du, was ich tun soll.« Der Visier erwiderte, »Schicke ihm den Emir und lasse ihn zu dir einladen. Ich werde ihn an dich fesseln und sehen, ob er mutig und stark ist. Dann suchen wir ihn zu überlisten. Ist er schwach, so kannst du ihn festnehmen und nach deinem Willen mit ihm verfahren.« Der König billigte diesen Vorschlag und schickte den Emir-Otman zu Jaudar, um ihn im Namen des Königs einzuladen. Dieser Emir war aber dumm und hochmütig. Als er an Jaudars Schloss kam, sah er einen Verschnittenen vor dem Tor auf einem goldenen Stuhl sitzen. Dieser Verschnittene war der Diener des Ringes selbst, dem Jaudar befohlen hatte, sich in der Gestalt eines Verschnittenen vor die Türe zu setzen. Der Verschnittene stand nicht vor dem Emir auf und trat ihm nicht entgegen, obschon er von fünfzig Mann Soldaten begleitet war. Der Emir-Otman sagte ihm, »Sklave, wo ist dein Herr?« Er antwortete ihm sitzend, »Er ist im Schloss.« Othman geriet in Zorn und sagte, »Du verruchter Sklave, warum bist du so unverschämt und stehst nicht auf, wenn du mit mir sprichst?« Der Verschnittene antwortete, »Geh deines Weges und spare die vielen Worte.« Othman, außer sich vor Wut über diese Antwort, zog seine Keule und wollte nach dem Geist, den er für einen Sklaven hielt, schlagen. Als der Verschnittene aber dies sah, nahm er ihm die Keule weg und versetzte ihm vier Hiebe. Die Soldaten, welche Othman begleiteten, zogen nun ihre Schwerter, um ihrem Herrn zu helfen, aber der Verschnittene schlug sie zurück und verwundete jeden, der sein Schwert gezogen hatte, sodass sie alle die Flucht ergriffen und aus dem Angesicht des Schlosses sich entfernten. Der Verschnittene setzte sich dann wieder auf seinen Stuhl und kümmerte sich dann um nichts. Als der Emir mit seinen flüchtigen Soldaten wieder zum König kam, sagte er ihm, »O König, ich habe in meinem Leben kein Schloss gesehen wie das, welches Jaudar gebaut. Als ich an dessen Tor kam, sah ich einen Verschnittenen auf einem goldenen Stuhl sitzen. Er war so stolz, dass er sich nicht von seinem Platz bewegte, als er mich kommen sah und auch sitzend mich anredete. Da wurde ich aufgebracht und zog mein Schwert gegen ihn, er nahm mir aber mein Schwert weg und schlug mich und meine Soldaten, sodass wir fliehen mussten.« Der König geriet in heftigen Zorn, als er dies hörte, und sagte, »Lasset hundert Reiter gegen das Schloss ziehen!« Es zogen hundert Reiter dahin, aber auch sie wurden vom Verschnittenen in die Flucht geschlagen. Sie kehrten bestürzt zum König zurück und sagten, »O König der Zeit, der Verschnittene hat uns geschlagen, und wir fürchteten uns so sehr, dass wir vor ihm entflohen.« Der König schickte hierauf zweihundert Mann gegen Jaudars Schloss, und als auch diese ihre Niederlage dem König berichteten, sagte er zu seinem Visier, »Nun musst du mit fünfhundert Mann gegen das Schloss ziehen und mir den Verschnittenen, Jaudar und seine Brüder hierher bringen.« Der Visier sagte, »Mein Herr, ich brauche keine Truppen, ich will lieber ganz unbewaffnet hingehen.« Der König sagte, »Geh und tue, was du für angemessen hältst.« Der Visier warf seine Waffen weg, zog ein weißes Kleid an, nahm einen Rosenkranz in die Hand und ging allein nach Jaudars Schloss. Als der Verschnittene ihn sah, erhob er sich von seinem Stuhl und begrüßte ihn ganz ehrerbietigst mit den Worten, »Friede sei mit dir, Mensch!« Der Visier merkte aus dieser Anrede, dass der Verschnittene ein Genius sein müsse, und fragte, vor Angst zitternd, »Ist dein Herr Jaudar hier?« »Er ist im Schloss.« »Mein Herr, geh zu ihm und sage ihm, »Der König Shems Adaulat lässt dich grüßen und zu einer Mahlzeit einladen.« »Warte hier! Ich will mit ihm sprechen.« Der Visier blieb bescheiden vor dem Tor stehen, und der Genius ging ins Schloss und sagte zu Jaudar, »Wisse, mein Herr, der König hat dir einen Emir geschickt, den ich geschlagen, und die fünfzig Mann, die er bei sich hatte, habe ich in die Flucht getrieben. Dann schickte er hundert Reiter, dann zweihundert, die ich ebenfalls in die Flucht geschlagen. Nun schickt er dir seinen Visier ohne Waffen, um dich zu einer Mahlzeit einzuladen. Was sagst du dazu?« Jaudar antwortete, »Geh und bringe mir den Visier hierher.« Der Genius ging hinunter und sagte zum Visier, »Mein Herr wünscht dich zu sprechen.« Der Visier trat ins Schloss und sah Jaudar auf einem Divan sitzen, prachtvoller als der des Königs. Sein Erstaunen über die Pracht dieses Schlosses und dessen Verzierungen war so groß, dass ihm der König nur noch wie ein Bettler erschien. Er verbeugte sich vor Jaudar und grüßte ihn. Jaudar sagte, »Was ist dein Begehren?« »Der König läßt dich grüßen und wünscht, dein edles Antlitz zu sehen. Er hat auch schon ein Fest bereiten lassen, um dich zu empfangen. Wirst du wohl ihm diese Freude gönnen?« »Wenn er mein Freund ist, so grüße ihn und sage ihm, er soll zu mir kommen.« Der Visier wollte wieder fortgehen, aber Jaudar rieb dann den Ring, und als der Diener erschien, sagte er ihm, »Bringe mir eins der schönsten Kleider.« Als der Diener es brachte, gab es Jaudar dem Visier mit den Worten, »Zieh es an und sage deinem Herrn, dem König, was ich dir aufgetragen.« Als der Visier in seinem neuen Kleid dem König erzählte, was er gesehen und was Jaudar ihm aufgetragen, brach jener auf und zog, von vielen Truppen begleitet, nach dem Schloss. Auch Jaudar hatte inzwischen dem Diener befohlen, den Hof des Schlosses mit geisternden, gestaltkräftiger Soldaten mit allerlei Waffen und Kriegsrüstungen auszufüllen. Als der König in den Hof des Schlosses kam und die aufgestellten Truppen sah, welche lauter große, starke Männer waren und die herrlichsten Waffen trugen, fürchtete er sich vor ihnen. Er ging demütig in den Saal, wo Jaudar saß, von mehr Glanz umgeben als irgendein Sultan, grüßte ihn und wünschte ihm Glück. Jaudar stand nicht auf und hieß den König nicht sitzen. Dieser wurde daher sehr ängstlich. Er wagte es, weder sich zu setzen, noch sich wieder zu entfernen und dachte, wenn er sich etwas aus mir machte, so würde er mich nicht so stehen lassen. Gewiss will er mich züchtigen wegen dessen, was ich seinen Brüdern getan. Jaudar redete ihn sitzend an. »O König, einem Mann wie ihr ziemt es nicht, dass er die Menschen so unterdrücke und ihnen ihr Gut wegnehme.« Der König sagte, »Verzeih mir, die Habgier hat mich dazu getrieben, die Bestimmung wollte es so. Gäbe es keine Schuld, so gäbe es auch keinen Großmut.« Er entschuldigte sich dann so lange und bat um Gnade, bis Jaudar ihm verzieh, ihn sitzen ließ und ihm einen Kaftan als Pfand der Gnade schenkte. Er befahl dann seinen Brüdern, den Tisch zu decken, und nachdem sie gegessen hatten, schenkte er dem ganzen Gefolge des Königs neue Kleider. Der König gab dann Befehl zum Aufbruch und verließ Jaudar. Am folgenden Tage besuchte er ihn wieder und so jeden Tag. Auch hielt er alle Versammlungen in Jaudars Schloss und befreundete sich immer mehr mit ihm. Nach einiger Zeit aber sagte der König zu seinem Visier, »Ich fürchte, Jaudar wird mich doch am Ende umbringen und mein Königreich an sich reißen.« Der Visier erwiderte, »Was dein Königreich betrifft, so kannst du ohne Furcht sein, denn Jaudar besitzt mehr als ein Königreich. Was aber deine Furcht, umgebracht zu werden, angeht, so hast du ja eine Tochter. Gib sie ihm zur Frau, dann seid ihr verschwägert, und du hast nichts von ihm zu fürchten.« »Willst du Vermittler zwischen uns sein?« »Recht gerne. Lade ihn zu dir ein, und wenn wir nachts beisammen wachen, so lasse deine Tochter im schönsten Aufzug an der Türe des Saals vorübergehen, und wenn er sie bemerkt und schön findet, so sage ich ihm, sie sei deine Tochter. Er wird dann bei mir um sie werben, und du stellst dich, als wüsstest du von der ganzen Sache nichts. Und heiratet er sie, bildet ihr nur eine Familie, du hast nichts mehr von ihm zu fürchten, und erbst nach seinem Tode alles, was er besitzt.« »Dein Rat ist vortrefflich.« Der König ließ sogleich eine Mahlzeit bereiten und lud Jaudar dazu ein, und nachdem sie bis abends in der höchsten Vertraulichkeit miteinander gezecht hatten, ließ er seine Tochter durch die Türe des Saales, herrlich geschmückt, vorübergehen. Diese war so unvergleichlich schön und reizend, dass, sobald Jaudar sie erblickte, er ganz blass war, einen tiefen Seufzer ausstieß und an allen Gliedern zitterte und ganz außer sich geriet. Der Visier neigte sich zu ihm und fragte, warum er so seufzte. »Wem gehört dieses Mädchen, das mein Herz geraubt und meinen Verstand?« »Es ist die Tochter deines Freundes. Wenn sie dir gefällt, so will ich mit dem König sprechen, dass er dir sie zur Frau gebe.« »Tu dies, ich will eine so große Morgengabe herbeischaffen, als er verlangt, und dir schenken, was du willst.« Der Visier neigte sich dann zum König hin und sagte, »Dein Freund Jaudar, er sucht mich, dich zu bitten, dass du ihm deine Tochter zur Frau gebest. Er will jede beliebige Morgengabe entrichten.« Der König antwortete, »Es sei, als habe ich die Morgengabe schon erhalten. Ich bin sein Diener und meine Tochter seine Sklavin. Er erweist mir noch eine Gnade, wenn er sie annimmt.« Am folgenden Morgen versammelte der König all seine Freunde und hohen Beamten, ließ auch den Scheich des Islam kommen und einen Ehekontrakt zwischen Jaudar und seiner Tochter schreiben. Jaudar ließ den Quersack mit Edelsteinen holen und schenkte ihn dem König als Morgengabe. Trommeln und Psalter ertönten in der ganzen Stadt, die Hochzeit wurde mit großen Festlichkeiten gefeiert, und der König und Jaudar waren von nun an ein Herz und ein Sinn. Bald starb aber der König, und Jaudar wurde von den Truppen als Sultan ausgerufen. Er weigerte sich zwar, die Regierung anzunehmen, man drang aber so sehr von allen Seiten in ihn, bis er nachgab. Er ließ eine Moschee auf dem Begräbnisplatz des verstorbenen Sultans bauen und stiftete das Nötige für deren Unterhalt. Sie befindet sich im Quartier Bundukaniyeh. Jaudars Palast aber war im Quartier Jemaniyeh, das später, als er hier auch eine Moschee bauen ließ, Jaudariyeh genannt wurde. Jaudar ernannte Salem zu seinem Visier der Rechten und Selim zu seinem Visier der Linken. Nach Verlauf von einem Jahr aber sagte Salem zu Selim, »Wie lange wollen wir noch die Diener unseres Bruders bleiben? Sollen wir nie selbst Herren werden?« Selim sagte, »Ersinne eine Lust, wie wir ihn umbringen und ihm den Sack und den Ring nehmen.« Salem sagte, »Das will ich unter der Bedingung, dass ich dann Sultan werde und den Ring behalte. Dafür sollst du den Quersack nehmen und mein Visier zur Rechten sein.« Nach weiterer Verabredung gingen sie zu Jaudar und sagten, »Wir wünschen, dass du uns auch einmal die Ehre erweisest, unser Gast zu sein.« Jaudar fragte, »Zu wem von euch soll ich diesen Abend kommen?« »Diesen Abend zu mir,« antwortete Salem, »und ein andermal zu Selim.« Salem ließ eine Mahlzeit zubereiten und vergiftete die Schüssel, die er Jaudar vorsetzte, sodass gleich sein Fleisch und seine Knochen zersetzt wurden. Er wollte ihm dann den Ring nehmen, da er aber nicht losging, schnitt er ihm den Finger ab, rieb den Ring, und als der Diener erschien, befahl der ihm, seinen Bruder Selim zu töten und ihn nebst dem vergifteten Schaudar, den Großen des Reichs, welche in einem anderen Saal an der Tafel waren, vorzuwerfen. Als die Gäste die zwei Leichen sahen, fragten sie den Genius, wer den König und den Visier umgebracht. Der Genius antwortete, »Ihr Bruder Salem!« In diesem Augenblick trat Salem herein und sagte, »Esset nur weiter und seid vergnügt. Ich besitze meines Bruders Ring, und Selim, dessen Verrat ich fürchtete, ist auch tot. Ihr müsst mich nun als Sultan anerkennen, sonst lasse ich euch alle umbringen.« Aus Todesangst riefen nun alle, »Wir wollen dich gern zum König erwählen.« Er hieß sie dann weiter essen, was sie auch aus Furcht taten, dann ließ er seine Brüder beerdigen und zog mit großem Pomp in den Thronsaal und ließ sich huldigen. Endlich verlangte er auch, dass man den Ehekontrakt zwischen seiner Schwägerin und ihm schreibe. Man sagte ihm, »Warte, bis die gesetzliche Zeit vorüber ist.« Salem erwiderte aber, »Ich kenne kein Gesetz bei meinem Haupt. Sie muß diese Nacht noch meine Gattin werden.« Man schrieb den Ehekontrakt und benachrichtigte Djaudas Witwe davon. Diese empfing Salem und bewillkommnete ihn freundlich, reichte ihm aber vergiftetes Wasser, woran er starb. Sie nahm dann den Ring und zerbrach ihn, damit ihn niemand mehr besitze, zerriss den Quersack und ließ dem Scheich Al-Islam und den Truppen Nachricht von Salems Tode geben und forderte sie auf, einen anderen Sultan zu wählen. Das ist alles, was uns von der Geschichte Djaudas zugekommen. Den König entzückte die wunderbare Geschichte Djaudas sehr und er sagte daher zu seiner Gattin, »O Scheasad, erzähle mir nun auch einige Parabeln von den Vögeln und Tieren.« Scheasad erwiderte, »Recht gern, großer König« und begann. Ende von Abschnitt 54 Abschnitt 55 von Tausend und eine Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Parabeln Es war vor alten Zeiten ein Pfau, der mit seiner Gattin einen Wald, in welchem viele andere Tiere sich aufhielten, am Ufer des Meeres bewohnte. Des Nachts verbargen sie sich daher in einem der Bäume aus Furcht vor wilden Tieren und des Tages flogen sie umher, um Nahrung zu suchen. Sie lebten lange sofort, bis ihnen einmal der Gedanke kam, einen anderen Wohnort zu suchen, wo sie sicherer und ruhiger leben könnten. Da kamen sie auf eine fruchtbare Insel, die reich an Bäumen und Gewässern war, ließen sich da nieder und aßen und tranken. Auf einmal kam eine Ente zu ihnen, welche gar zu ängstlich aussah und furchtbar zitterte. Der Pfau dachte, der muss gar Schlimmes widerfahren sein. Er stieg von seinem Baum herunter, grüßte sie und bat sie, ihm zu erzählen, was ihr begegnet. Nachdem sie seinen Gruß erwidert hatte, sagte sie, »Schütze mich gegen die Menschen und sei selbst auf deiner Hut. Gelobt sei Gott, der mich von meiner Angst erlöst und mich zu euch geführt hat. Wie sehr habe ich mich nach eurer Nähe gesehnt. Lass nur auch dein Weibchen heruntersteigen, dass es höre, was mir zugestoßen.« Das Weibchen kam auch herunter, bewillkommnete die Ente und sagte ihr, »Sei nur ohne Furcht. Woher soll ein Mensch auf diese Insel inmitten im tobenden Meer kommen? Sei nur ganz ruhig, es kann niemand zu uns gelangen. Erzähle mir, was dir zugestoßen und warum du die Menschen so fürchtest.« Da begann die Ente, »Wisse, O Pfau, ich bringe nun mein ganzes Leben schon in Sicherheit auf dieser Insel zu und wußte von nichts Bösem. Eines Nachts erschien mir im Traum ein Mensch, der sich mit mir unterhielt. Darauf hörte ich eine Stimme, welche mir zurief, »O Ente, hüte dich vor dem Menschen, lass dich nicht verführen durch seine süßen Worte, denn du hast nur Unglück von ihm zu erwarten, weil er gar zu listig ist.« Nimm dich wohl in Acht, denn wisse, dass der Mensch durch List die größten Meerungeheuer zu fangen versteht, mit seiner Flinte die Vögel in der Luft zu sich herunterzieht und den Elefanten in eine Grube stürzt. Niemand ist vor der List der Menschen sicher, kein Fisch, kein Vogel, kein wildes und kein zahmes Tier. Nachdem ich dies gehört hatte, erwachte ich voller Angst und Furcht, und ich konnte, teure Schwester, mich den ganzen Tag nicht fassen und hatte keine Lust, weder zu essen noch zu trinken. So sehr setzte mich die Bosheit des Menschen in Schrecken. So lief ich unruhig umher, bis ich zur Höhle eines jungen gelben Löwen kam. Dieser freute sich über alle Maßen, als er mich ankommen sah, denn meine Farbe und schöne Gestalt gefielen ihm sehr gut. Er hieß mich in seine Nähe kommen und fragte mich nach meinem Namen und Geschlecht. Ich sagte, ich heiße Ente und gehöre zum Geschlecht der Vögel. Ich fragte ihn, warum er so lange hier bleibe. Er antwortete, mein Vater, der Löwe, der warnt mich schon so lange vor den Menschen. Nun sah ich diese Nacht in einem Traum einen Menschen, mit dem ich mich sehr gut unterhielt. Zwar hörte ich eine Stimme, welche mich vor ihm warnte, aber er gefiel mir so gut, dass ich, weil ich weiß, dass zuweilen Menschen hier vorüberkommen, hier warte, denn ich möchte gar zu gern einen Menschen sehen. Als der Löwe zu reden aufgehört, sagte ich ihm, sei auf deiner Hut und suche den Menschen auszuweichen, dessen List allmächtig. Ich warnte ihn dann so lange, bis er sich endlich entschloss, mit mir wegzugehen. Als wir eine Weile miteinander umherliefen, sahen wir einen großen Staub, der uns immer näher kam, und endlich entdeckten wir einen umherirrenden Esel, der bald stampfte, bald in die Höhe sprang, bald schrie. Der Löwe rief ihn zu sich, und der Esel näherte sich ihm ehrfurchtsvoll und küßte die Erde vor ihm. Da sagte der Löwe, wie heißt du, blödsinniges Tier, und wieso kommst du hierher, und was springst du so? Der Esel antwortete, o Prinz, ich heiße Esel und komme hierher aus Furcht vor den Menschen, denn der Mensch ist ein Unheil von den Allergrößten, ein wahres Verderben der Tiere. Fürchtest du, dass ein Mensch dich töte oder zerreiße? Bei Gott, o Prinz, ich fürchte weder von ihm getötet noch zerrissen zu werden, aber er gebraucht List, um auf mir zu reiten und mich zu beladen. Da hat er etwas, das er Decke nennt, das legt er auf meinen Rücken, dann hat er so ein Leder, das er Gurt nennt, damit umgürtet er mich, dann hat er etwas zum Sitzen, von ihm Sattel genannt, und einen Riemen, den er unter meinen Schweif legt. Auch steckt er mir ein Stück Eisen, das er Zaum nennt, in den Mund, und er macht einen Stachelstock, mit dem er mich antreibt. So muss ich dann laufen und tragen über meine Kräfte. Stolpere ich, so schmäht er mich, schreie ich, so flucht er, und gehe ich ein wenig zu langsam, so schlägt er mir die Rippen auf, und wenn ich alt werde, so macht er mir so einen groben, hölzernen Sattel und übergibt mich den Wasserträgern, die mich mit Wasserschläuchen und großen Krügen beladen. So lebe ich bei den Menschen in Mühseligkeit und Elend und Erniedrigung, bis ich sterbe. Da wirft man mich auf einen Schutthaufen, den Hunden zur Speise hin. Gibt es wohl eine größere Qual als die meinige? Als ich, fuhr die Ente fort, diese Worte des Esels hörte, ergriff mich ein furchtbarer Schauder und eine noch größere Furcht vor den Menschen, und ich sagte zum Löwen, »Bei Gott, der Esel hat Ursache, den Menschen zu fürchten.« Er fragte dann den Esel, wo er hingehe. »O Prinz«, antwortete der Esel, »ich fliehe von hier so schnell, als ich kann, denn ich habe vor Sonnenuntergang in der Ferne einen Menschen erblickt.« Während dieses Gesprächs, als gerade der Esel wieder von uns Abschied nehmen wollte, entdeckten wir einen dichten Staub. Der Esel schrie laut auf und blickte nach dem Staub hin. Auf einmal kam unter dem Staub ein schönes, schwarzes Pferd hervor, das scheu und schüchtern umherlief. Als es in die Nähe des Löwen kam, empfing er es mit Achtung und fragte, »Wie ist dein Name, verehrtes Tier, und warum irrst du so umher?« Das Pferd antwortete, »O Herr der Tiere, man nennt mich Pferd, und ich bin hier auf der Flucht vor Menschen.« Der Löwe rief ganz erstaunt, »Bei Gott, wunderbar, was sagst du mir da? Das ist eine Schande für dich, du bist ja so stark, so groß und so dick, und doch, fürchtest du dich vor den Menschen?« Ich wünschte sehr, einem Menschen zu begegnen, ich hoffte, mich an seinem Fleisch zu sättigen und an seinem Blut meinen Durst zu stillen, um dieser schwachen, zitternden Ente Ruhe zu verschaffen. Nun aber zerschneiden mir deine Worte das Herz, du machst mir bang durch deinen Schrecken und nimmst mir die Luft, mich mit ihm zu messen. Du bist doch viel größer und siehst stärker aus als ich. Ich dächte, dass du mit einem Tritt deiner Füße einen Menschen töten könntest.« Das Pferd lachte und sagte, »Hüte dich wohl vor dem Menschen und lass dich nicht durch sein unbedeutendes Aussehen betören, o Prinz. Mir hilft weder Stärke noch Größe noch Breite. Der Mensch macht aus List und Bosheit etwas, das man einen Pfahl nennt, und etwas, das Strick heißt, aus Palmfasern mit Filz geflochten und stark gedreht, den Pfahl befestigt er in dem Boden und mit dem Strick bindet er meine Füße an. Mit einem anderen Strick, der in der Höhe an einen Pfosten gebunden wird, zieht er meinen Kopf aufwärts, und so muss ich wie gekreuzigt auf den Füßen stehen und kann nicht liegen und nicht schlafen. Will er auf mir reiten, so legt er mir etwas auf, das man Sattel nennt, woran spitzige Eisen befestigt werden, die Steigbügel heißen. Der Sattel wird mir durch zwei Riemen um den Leib geschnürt, dann bekomme ich auch noch ein Eisen in den Mund, Gebiss genannt. Daran befestigt man Riemen, die man Zaum nennt, und die der, welcher auf mir reitet, in die Hand nimmt, und so zieht er mich hin, wo er will, und spornt mich dabei, dass mir das Herz blutet. Frage nur nicht, o Prinz, nach allem, was ich von ihm in meiner Jugend dulden musste, und wenn ich gar alt werde und mager, so verkauft er mich einem Müller, wo ich im Kreise umhergehend Weizen und Gerste mahlen muss, Tag und Nacht. Und bin ich auch dazu nicht mehr tauglich, so werde ich geschlachtet, meine Haut und mein Schwanz wird dem Siebmacher verkauft, mein Fett wird geschmolzen, und mein Fleisch wird auf allen Straßen ausgeschrien, und wenn es nicht gut abgeht, so mischt es der Metzger mit Esel- und Mauleselfleisch und kocht es mit Essig, um den schlechten Geruch zu vertreiben. Als der Löwe dies hörte, wurde er noch grimmiger, und er fragte das Pferd, wann es einen Menschen gesehen. Es antwortete, »Gegen Mittag sah ich einen Menschen, der meinen Spuren folgte.« Während des Gesprächs entdeckten wir auf einmal wieder einen mächtigen Staub in der Ferne, und es kam ein Kamel darunter hervor, das zitternd und bebend umhertrabte, bis es uns nahe kam. Der Löwe hielt es für einen Menschen und wollte schon darauf losspringen, da sagte ich ihm, »O Prinz, das ist kein Mensch, das ist ein Kamel, das auch vor den Menschen zu fliehen scheint, wie wir.« Während ich dies dem Löwen sagte, trat das Kamel zu uns, verbeugte sich vor dem Löwen und grüßte ihn. Der Löwe erwiderte seinen Gruß und fragte es, »Wie ist so hierher gekommen?« Es antwortete, »Ich fliehe vor dem Menschen.« »Wie«, versetzte der Löwe, »ein Tier von so großer Gestalt, so lang und so breit fürchtet den Menschen? Bei Gott, mit einem Tritt kannst du ihn ja umbringen.« »O Prinz«, antwortete das Kamel, »der Mensch ist so klug und so schlau und so fein, dass nur der Tod ihm beikommen kann. Da zieht er mir einen Ring durch die Nase, woran eine Schnur befestigt wird, und wirft mir eine Halfter um den Kopf und übergibt mich seinem jüngsten Kinde, das trotz meiner Größe und Stärke mich hinführt, wo es will. Dann legt er mir die schwersten Lasten auf und unternimmt mit mir die größten Reisen und gebraucht mich zu den schwersten Arbeiten, sodass ich weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe finde. Und wenn ich alt werde und gebrechlich, duldet er mich nicht mehr in seiner Gesellschaft, sondern verkauft mich dem Metzger am Siegestor in Kahira. Dieser schlachtet mich, verkauft meine Haut dem Gerber und mein Fleisch den Wirten. »Ich kann dir gar nicht alles sagen, o Prinz, was ich stets vom Menschen ertragen muß.« Der Löwe fragte es dann, wann es den Menschen verlassen. Es antwortete, »Gegen Sonnenuntergang, und ich denke, er wird bald hier sein. Schütze dich vor ihm und lass mich weiter fliehen in die Wüsten und einöden.« Der Löwe sagte, »Bleibe nur noch ein wenig. Du sollst sehen, wie ich ihm die Knochen zermalme, wie ich ihn zerreiße, wie ich dich von seinem Fleisch nähere und von seinem Blut tränke.« Aber das Kamel rief, »Bewahre Gott, o Prinz, daß ich länger säume, ich bin sogar um deinetwillen in großer Angst, wenn ein Mensch sich deiner Wohnung nähert.« Auf einmal bemerkten wir wieder einen Staub, und es trat ein kurzer, magerer Greis hervor, der in einem Korb allerlei schreiner Handwerkszeug auf der Schulter, einen Baumzweig und acht Bretter auf dem Kopf trug, und kleine Kinder an der Hand führte. Ich fiel vor Furcht auf den Boden, als ich ihn herankommen sah. Der Löwe aber trat ihm in den Weg, schüttelte seinen Schwanz und bereitete seine Klauen zum Krampfe vor. Der Mensch trat ihm freundlich entgegen, verbeugte sich vor ihm, lächelte ihm zu und sprach mit einer süßen Zunge, »O erhabener und mächtiger König, Gott schenke dir einen süßen Abend, vermehre deine Kraft und deinen Ruhm, verbreite deine Herrschaft und deine Macht, unterwerfe dir alle deine Feinde und weise dir das Paradies zur Wohnung an. Gewähre mir deinen Schutz und steh mir bei, ich kann nur bei dir Hilfe finden.« Der Löwe, gerührt von dem Flehen und Weinen des Schreiners, sagte ihm, »Ich verspreche dir meinen Schutz. Sage mir, wer dir Gewalt angetan und wer du bist, denn ich habe in meinem Leben kein Tier deinesgleichen gesehen, so schön an Gestalt und so beredter Zunge, wie heißt du denn und wer mißhandelt dich?« Der Schreiner antwortet, »O Herr der Tiere, ich heiße Schreiner und fürchte mich sehr vor dem Menschen, der morgen früh schon hier eintreffen wird.« Als der Löwe dies hörte, war das Licht zur Dunkelheit vor ihm, er knurrte und schnaubte, Funken sprühten aus seinen Augen, und er schrie, »Bei Gott, ich werde die ganze Nacht hier wachend zubringen.« Dann bat er den Schreiner, er möchte ihm, da er doch mit seinen kurzen Füßen nicht mit wilden Tieren gleichen Schritt halten könne, sagen, wo er hingehe. Der Schreiner antwortete, »Ich gehe jetzt zum Luchs, dem Visier deines Vaters, dem mächtigen reißenden Tier, dem Herrn der Klauen und Zähne, der auch gehört hat, dass Menschen in seine Nähe kommen würden, und daher aus Furcht mich rufen ließ, damit ich ihm zum Schutz aus diesen Brettern ein Haus baue.« Der junge Löwe beneidete den Luchs und sagte zum Schreiner, »Bei Gott, ich lasse dich nicht von der Stelle, bis du mir zuerst ein Haus baust. Nachher kannst du zum Luchs gehen.« Der Schreiner sagte, er müsse zuerst zum Luchs und wolle nach vollendeter Arbeit bei diesem zu ihm zurückkehren. Aber der junge Löwe drang in ihn, sprang auf ihn zu und fasste ihn zum Scherze mit der Tatze. Da fiel der Schreiner mit dem Korb auf den Boden, und alle Werkzeuge lagen auf der Erde zerstreut. Der Löwe sagte dann lachend, »Wie schwach bist du, warmer Schreiner! Bei Gott, deine Furcht vor dem Menschen ist zu entschuldigen, denn du hast gar keine Kraft!« Der Schreiner wurde sehr aufgebracht, doch verbarg er aus Furcht vor dem Löwen seinen Groll, stand wieder auf und sagte lächelnd, »Gut, ich will dir ein Haus bauen.« Er nahm dann die Bretter, die er bei sich hatte, und nagelte sie zusammen wie eine Kiste und brachte eine große Öffnung an. Als er damit fertig war, sagte er zum Löwen, »Mein Herr, geh einmal in dieses Haus, das ich dein Maß nehme!« Der Löwe ging hinein vor Freude ganz außer sich. Da aber die Kiste für ihn etwas eng war, sagte ihm der Schreiner, er müsse niederknien. Dies tat der Löwe, bis nur sein Schweif noch heraushing. Aber auch diesen legte der Schreiner zusammen und drückte ihn in die Kiste. Dann legte er schnell den Deckel auf die Öffnung und nagelte sie zu. Der Löwe schrie, »Was ist das für ein enges Haus? Lass mich heraus!« Der Schreiner antwortete lachend, »Aus dieser Kiste kommst du in deinem Leben nicht mehr heraus. Es bleibt dir gar kein Weg zur Rettung offen. Du bleibst nur im Käfig, du Abscheulichstes aller Tiere. Nun liegst du in der Schlinge, die du so sehr gefürchtet hast. Die Bestimmung wollte es so durch mich, da hilft keine Vorsicht.« Als der Löwe diese Worte vernahm, merkte er, dass der Schreiner ein Mensch war, vor dem man ihn wachend und träumend gewarnt hatte. »Ich fing nun an«, fuhr die Ente fort, »auch für mich ängstlich zu werden, darum entfernte ich mich ein wenig, aber ich war noch Augenzeuge davon, wie der Mensch ein großes Loch in der Nähe der Kiste, in die er den Löwen gesperrt hatte, grub, die Kiste in die Grube warf, Holz auf dieselbe legte und es anzündete. Als ich dies sah, entfloh ich schnell und befinde mich nun schon zwei Tage auf der Flucht vor den Menschen.« Der Pfau war sehr erstaunt über diese wunderbare Erzählung der Ente und sagte ihr, »O meine Schwester, hier sind wir sicher vor dem Menschen, wir befinden uns ja auf einer Insel, die von keinem Menschen betreten wird. Wir wohnen schon lange in bester Ruhe hier, bleibe also bei uns, bis der erhabene Gott auf andere Weise uns vor unseren Feinden Ruhe verschafft.« »Was willst du länger so umherziehen? Ist etwas über unser Haupt beschlossen, so wird es uns überall erreichen. Denn ist unsere Todesstunde nahe, wer kann uns gegen sie schützen?« Und niemand stirbt, bis seine Zeit abgelaufen. Während sie so zusammensprachen, erhob sich wieder ein Staub. Die Ente sprang ins Meer und schrie, »Vorsicht, Vorsicht, lass mich dem Unheil entfliehen!« Auf einmal legte sich der Staub, und es kam ein Reh herbeigesprungen. Da sagte der Pfau zur Ente, »O meine Schwester, kehre nur wieder, das, wovor du dich fürchtest, ist ja ein Reh, das uns gewiß nichts zu leide tut. Es nährt sich ja nur von Pflanzen und gehört zu den vierfüßigen Tieren wie du zu den Vögeln. Sei also ruhig und mache dir keine Sorgen, denn Sorgen machen den Körper mager.« Das Reh hatte inzwischen den Schatten des Baumes gesucht, wo der Pfau und die Ente sich aufhielten, und als es sie sah, grüßte es sie und sagte, »Ich habe in meinem Leben keine fruchtbarere Insel gesehen, die so reiche Weide hat als diese. Wie angenehm ist es, hier zu wohnen. Ich wünschte sehr, euch Gesellschaft leisten zu dürfen.« Die Ente und der Pfau näherten sich ihm freundlich und grüßten es und sagten, sie haben sich schon lange nach einer so lieblichen Gesellschaft gesehnt. Sie schlossen bald ein Freundschaftsbündnis und schwuren sich treue, und aßen und tranken und wohnten vergnügt beisammen, bis eines Tages ein Schiff an der Insel vorbeikam, das auf dem Meer umherirrte. Die Schiffleute wählten diese Insel als Ankerplatz, stiegen ans Land und liefen auf der Insel umher. Als sie den Baum sahen, unter welchem das Reh, der Pfau und die Ente versammelt waren, liefen sie darauf zu. Aber der Pfau entfloh schnell auf den Baum. Das Reh suchte das Weite, und nur die Ente, die bald vorwärts, bald rückwärts ging, wurde gefangen und trotz aller ihrer Vorsicht gegen die Bestimmung aufs Schiff geschleppt und geschlachtet. Als der Pfau sah, was der Ente geschehen, wollte er diese Insel verlassen, denn er rief aus, »Ich sehe überall nur Unheil. Wie schön hätte ich in Freundschaft mit dieser Ente gelebt, wenn nicht das Schiff dazwischen gekommen wäre.« Er flog dann umher, bis er wieder das flüchtige Reh traf. Dies wünschte ihm Glück zu seinem Entkommen und erkundigte sich nach der Ente. »Meine treue Freundin«, sagte der Pfau, »ist gefangen worden. Darum verlasse ich auch diese Insel, die mir wegen des Unglücks der Ente verhaßt geworden.« Er weinte dann eine Weile und sprach folgenden Vers. »Der Tag der Trennung hat mein Herz gebrochen. Gott breche auch dem Trennungstag das Herz. Wenn nur noch ein Tag der Vereinigung wiederkehrte, dass ich ihm berichte, was der Trennungstag getan.« Das Reh wurde sehr betrübt. Doch bewog es den Pfau, noch einige Zeit auf der Insel zu bleiben, und sie wohnten vergnügt und sicher beisammen und hatten keinen anderen Kummer als den Verlust der Ente. Eines Tages sagte das Reh zum Pfau, »Du siehst, dass wir unseren Verlust nur den Menschen zu verdanken haben, die aus dem Schiff gestiegen sind. Sei also stets auf deiner Hut gegen ihre List.« Aber der Pfau erwiderte, »Ich weiß ganz bestimmt, dass nur die Vernachlässigung des göttlichen Lobes die Ente ins Verderben gestürzt, denn jedes Geschöpf ist verpflichtet, Gott zu preisen, und wer dies unterlässt, wird dafür bestraft.« Das Reh dankte dem Pfau für diese Ermahnung und fing an, den ganzen Tag den Schöpfer zu loben und immer zu rufen, »Gepriesen sei der Richter, der Herr der Kraft und der Macht!« Auch, erzählt man, vor alten Zeiten wohnte ein Einsiedler allein auf einem Berg, wo er kein lebendiges Wesen als ein paar Tauben bei sich hatte, mit denen er sehr befreundet war, deren ganze Lebensweise erkannte und deren Lobeserhebungen er deutlich vernahm. Dieser Einsiedler teilte seine Nahrung mit den Tauben, die sich bald vermehrten, weil er oft für die Verbreitung ihrer Nachkommen betete. Solange der Einsiedler lebte, hörten die Tauben nicht auf, Gott zu preisen und zu rufen, »Gepriesen sei der Schöpfer, der jedem Geschöpf seinen Lebensunterhalt angewiesen, gepriesen sei der Erbauer des Himmels und der Gründer der Erde!« Als aber Gott den Einsiedler zu sich nahm und die Tauben nicht mehr an ihr göttliches Lob ermahnt wurden, da hatte auch bald ihr Wohlstand ein Ende. Sie wurden getrennt und zerstreut in Städten und Flecken, auf Bergen und in Ebenen. So wird auch erzählt, es wohnte einst auf einem Berg ein sehr verständiger, religiöser und tugendhafter Hirt, der von der Milch und Wolle seiner Herde lebte. Der Berg, den er bewohnte, war sehr waldig und beherbergte viele wilde Tiere, doch konnten sie weder dem Hirten noch seiner Herde etwas zu Leide tun. Er lebte daher in größter Sicherheit und Sorgenlosigkeit auf diesem Berg, unbekümmert um weltliche Angelegenheiten und bloß in der Verehrung Gottes selig. Einst wurde er sehr krank, sodass er seine Höhle nicht mehr verlassen konnte. Seine Herde ging indessen jeden Tag auf die Weide und kehrte abends zur Höhle zurück. Aber Gott wollte den Einsiedler prüfen, und er schickte ihm daher einen Engel in der Gestalt einer sehr schönen Frau, die sich zu ihm setzte. Als der Einsiedler sie sah, zitterte sein ganzer Körper, und er sagte ihr, »Was ruft dich hierher? Was haben wir miteinander gemein, dass du zu mir kommst?« Sie antwortete, »O Mensch, siehst du nicht, wie reizend und schön ich bin, und welchen Wohlduft ich verbereite? Weißt du nicht, wie sehr du einer weiblichen Pflege bedarfst? Warum willst du mich denn verstoßen? Was schadet dir meine Gesellschaft, da mir doch deine Nähe so teuer ist, daß ich dir alles gewähren und gar nichts versagen will?« Wir haben ja hier niemanden zu fürchten, wir sind ja allein, und du wohnst ja so einsam auf diesem Berg, daß es dir nur erwünscht sein kann, ein weibliches Wesen bei dir zu haben, das dich bedient. Du wirst auch sehen, daß du durch meine Nähe gewiß bald wieder gesund wirst, und es tief bereuen, so lange abgesondert von Frauenzimmern gelebt zu haben. Komm zu mir und folge meinem Rat. Der Hirt antwortete, »Verlass mich, du trügerisches Weib! Ich mag deine Nähe und deine Liebe nicht. Wer sich hier seiner Leidenschaft hingibt, dem bleibt jene Welt verschlossen. Nur wer hier allen Freuden entsagt, dem werden die des Paradieses zuteil. Wehe dem, der durch deine Nähe in Versuchung kommt und von deinen Liebkosungen sich täuschen lässt.« Darauf erwiderte der Engel, »O Frauenfeind, der du vom rechten Wege abirrst, sieh mich nur an und ergötze dich an meinen Reizen, wie schon andere weise Männer vor dir getan, die besser und erfahrener als du waren. Laß ab von deinem Eigensinn, du wirst es sonst bereuen.« Aber, der Hirt versetzte, »Du bist ein trügerisches Weib. Ich werde fortleben in meiner Enthaltsamkeit und Gott zu Hilfe rufen gegen jede Gemeinschaft mit dir. Wie manchen Frommen magst du schon verführt haben, den dann ewiges Unheil traf. Laß mich also, du verworfenes Weib!« Er warf dann seinen Mantel um sein Gesicht, daß er sie nicht mehr sah, und betete zum Herrn. Als der Engel die unerschütterliche Frömmigkeit des Hirten sah, zog er sich zurück und stieg wieder in den Himmel. In der Nähe des Einsiedlers war ein Flecken, in welchem auch ein sehr frommer Mann wohnte. Dieser hörte nachts im Traum eine Stimme, welche ihm zurief, »Auf dem Berg in deiner Nähe hält sich ein gottesfürchtiger Einsiedler auf. Besuche ihn und tue, was er dir sagt.« Am folgenden Morgen machte er sich auf den Weg, um ihn aufzusuchen. Des Mittags ließ er sich unter einem Baum neben einer Wasserquelle nieder, um ein wenig auszuruhen. Da kamen viele wilde Tiere und Vögel, um an der Quelle zu trinken. Sie entflohen aber und kehrten wieder um, als sie den frommen Mann sahen. Da dachte er, »Mein Aufenthalt hier verscheucht die Tiere und die Vögel, ich will ihnen nicht länger im Wege sein.« Er stand daher auf und machte sich Vorwürfe, diese Tiere und Vögel, die doch auch Geschöpfe Gottes, wie er seien, von der Quelle vertrieben zu haben und ging gebeugt fort, bis er zum Hirten kam. Dieser bewillkommte und umarmte ihn und fragte, was ihn hierher gebracht, an einen Ort, der von keinem Menschen sonst betreten wird. Der gottesfürchtige Fremde antwortete, »Eine Stimme hat mir im Traume deinen Ort bezeichnet und mir befohlen, zu dir zu wandern und dich zu grüßen.« Der Hirt freute sich mit dem Fremden, nahm ihn gut auf und lebte in seiner Gesellschaft, bis der Tod sie trennte. So belobte ihn Gott für seine Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung. Der König sagte zu Scheersat, »Diese Erzählung lässt mich alles Unrecht bereuen, das sich in meinem Königreich ausgeübt und den Tod so vieler Mädchen bereuen. Erzähle mir nun wieder etwas von den Vögeln.« Da begann Scheersat, »Ich will dir von der Freundschaft zwischen einem Raben und einer Katze erzählen, woraus man sehen kann, wie ein treues und festes Zusammenhalten gegen jede Gefahr schützt.« Ein Rabe und eine Katze, welche lange in bestem Einverständnis lebten, unterhielten sich eines Tages unter einem Baum miteinander. Da kam auf einmal ein Tiger auf den Baum zu. Der Rabe flog gleich auf den Gipfel des Baumes, aber die Katze wusste nicht, wie sich retten. Da fragte sie den Raben, ob er ein Rettungsmittel wisse. Er antwortete, »In der Gefahr kann nur Freundschaft erprobt werden.« Er flog sogleich vom Baum weg auf einen Weideplatz, der in der Nähe war, wo Hirten mit ihren Hunden sich herumtrieben. Er ließ sich auf den Boden nieder, so dass seine Flügel die Erde berührten, und fing an zu schreien und zu lärmen und einem der Hunde die Flügel ins Gesicht zu schlagen und sich dann wieder ein wenig zu erheben. Der Hund folgte ihm, und auch der Hirt, der den Vogel so niederfliegen sah, kam mit den anderen Hunden nach. So lockte sie der Rabe, immer ganz nahe an der Erde fliegend, bis zu dem Baume hin, wo der Tiger war. Als die Hunde den Tiger sahen, vergaßen sie den Raben und sprangen auf den Tiger los, der die Flucht ergreifen musste, und in seiner Hoffnung, die Katze zu fressen, getäuscht wurde. So wurde die Katze durch die List ihres Freundes, des Raben, gerettet. Du siehst, o König, was wahre Freundschaft vermag. Ende von Abschnitt 55 Ende von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil 1808 bis 1889 Gelesen von Bernd Ungerer Amger Amger uler Amger Amger